Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 429. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Duke. Ja, servus, hallo. Der Marvin. Grüße, hallo. Der Basti. Gude und Grüße. Und die zukünftige Chefmoderatorin von Fußball 2000, Patricia. Hallo. Erstmal mal großartig, wie du da die Folge am Montag moderiert hast. Ich fand es sehr angenehm, mal da ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Nichts gegen dich, Marvin, aber... Naja, ist auch schon verstanden. Das war ein vieler Hint auf Marvin. Ordentliche Spitzen, sehr gut. Ja, ich will ja auch gehen, man muss ja auch die Leute mal so ein bisschen anpieksen, um Leistungssteigerungen zu bekommen, ne? Bin ich auch gespannt, welche Leistungssteigerungen du noch erfordern sehen willst, aber okay, machen wir so weiter. Ja, wir wollen heute ganz viel über Fußball, Transfers, Trainer, dies, das reden, aber erstmal natürlich hier ein bisschen Housekeeping am Anfang. Es war nämlich Monatswechsel und ich hatte ja schon vor drei Wochen gesagt, Mai, nee, Mai, Februar ist immer so, hm, nicht so der stärkste Monat. Das sah da schon extrem gut aus und Leute, was ihr da abgeliefert habt im letzten Monat, echt krass. Vielen, vielen Dank für den Support, den ihr da rausgehauen habt. Ja, und ich habe natürlich auch wieder Namen rausgepickt. Diesmal stellvertretend geht der Dank an die Mechthild, die halt einfach mal gesagt hat, so, ich rechne mal zusammen, wie viele Tore die Eintracht in den letzten Spielen geschossen hat und bemesse mal daran, wie viel Unterstützung ich euch zukommen lasse. Ist auch ein kreativer Weg. Also, man kann nicht sagen, dass unsere Hörerinnen und Hörer da draußen nicht kreativ sind, wenn es um Unterstützungsnachrichten und Summen geht. Vielen Dank dafür. Ja, nicht so geil war dieses Spiel, was wir da am Freitag gegen Bremen abgeliefert haben. Marvin, du hattest ja gesagt, Kohfeldt bewirbt sich immer mehr für den zukünftigen Trainerposten in Gladbach. Ich habe gerade eben mal in das Spiel reingeguckt, also er steht noch nicht an der Seitenauslinie, auch wenn sie es manchmal so anhört. Findest du, das hat er am Freitag nochmal bestätigt, dass er der Richtige für diesen Trainerposten in Zukunft ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, er muss wahrscheinlich sein ganzes Trainerteam und seinen ganzen Staff halt mitnehmen, wenn er ähnliche Erfolge dann auch in Gladbach erzielen will. Aber man muss schon sagen, ja, also böse Zungen würden behaupten, er hätte Hütter ein bisschen ausgecoacht an diesem Spieltag. Ja, nein, ich muss schon sagen, ich würde fast eher sagen, dass die Eintracht das, also mehr Anteil an dieser Niederlage hatte als die Bremer. Ja, weil die Eintracht, wir wissen es ja, mit dem 1-0 eigentlich gut in diese Partie gekommen ist und dann irgendwie die Führung hat, ja, verwalten wollte es aber nicht in diesem Maße gemacht hat, indem ich mir das erhofft hätte. Und dann waren die Bremer, so wie sie es halt spielen können, brutal aggressiv, viel besser gespielt, beispielsweise wenn ich mir angucke, wie Gebrezelassi jetzt mittlerweile auch wieder gekickt hat oder Vekovic, der im letzten Spiel kompletter Ausfall war. Also da waren Spieler dabei auch in Eggestein plötzlich wieder da gewesen und das hast du dann gemerkt. Also sie haben dieses Feuer, was auch von außen kam, gut auf dieses Spiel transportieren können und dann haben sie es der Eintracht schwer gemacht. Ich ärgere mich tatsächlich eigentlich nur, weil die Eintracht normalerweise die Souveränität hätte besitzen können. Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, was, also Spiel verwalten auf der einen Seite ja, aber dass wir es nicht wieder geschafft haben, zurück in dieses Spiel raus reinzukommen, obwohl wir ja schon, wie du sagst, eigentlich wesentlich mehr Anteile in dem Spiel auch hatten. Und wir ja in der Vergangenheit durchaus auch gezeigt haben, dass wir wieder in der Lage sind, solche Dinge wieder wegzumachen, habe mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Patricia, was meinst du, was war so der Hauptgrund, weswegen wir es nicht geschafft haben, da wieder ins Spiel zurückzukommen? Ach, ich weiß nicht, da kam irgendwie vieles zusammen, habe ich das Gefühl. Das war nicht der Tag der Eintracht, irgendwie war es sehr unkonzentriert insgesamt. Es war ideenlos, hatte ich auch das Gefühl, die Pässe kamen nicht an, dann war auch die Abwehr nicht so stabil wie gewohnt. Ich habe auch das Gefühl, dass Indica sehr, sehr stark gefehlt hat da auf der linken Seite. Nicht, dass Hinti das nicht kann, aber ich hatte das Gefühl, der hat sich jetzt an seine Rolle in der Mitte gewöhnt. Und dann diese Hinti-Kostic-Kombination auf der linken Seite hat diesmal nicht so gut funktioniert. Also da ist ja Bremen die komplette Zeit drüber gekommen, also immer über die Seite. Und es hat ja auch funktioniert, einfach Kostic zu überspielen da in den freien Raum. Das hat absolut nicht funktioniert. Und ansonsten war das halt einfach sehr, sehr unkonzentriert. Ich weiß nicht, ob das auch daran lag, dass das Spiel halt sehr, sehr hitzig war, dann vor allem in Hälfte zwei. Was ja wahrscheinlich auch so ein bisschen der Matchplan der Bremer war. Ich erinnere mich da gerne an Freiburg. Das war auch so, dass das Spiel einfach so ein bisschen unschön war und die Eintracht sich dann schwer getan hat. Und ich habe das Gefühl, man kann derzeit die Eintracht sehr, sehr gut ablenken. Einfach indem man das Spiel so ein bisschen auflädt emotional. Und dann ist die Konzentration weg und dann lässt sich die Eintracht anstecken, so ein bisschen von diesem ganzen Fumult. Und dann funktioniert es einfach nicht mehr so gut. Und das war die letzten Spiele immer mal so fünf bis zehn Minuten drin. Dann hat sich die Eintracht wieder gefangen. Das war jetzt zumindest die ganze zweite Halbzeit über so. Und dann, glaube ich, liegt auch viel daran, dass man da einfach nicht mehr ins Spiel gefunden hat. Was das nicht entschuldigen soll, aber ist ja vielleicht auch ein Punkt, wo man ansetzen kann für die nächsten Wochen. Ja, also das war ja das, was Hütter im Nachgang auch so ein Stück weit bemängelt hat, dass wir uns haben von dieser Atmosphäre da so ein Stück weit anstecken lassen. Ich fand schon, dass da einfach viele Dinger dabei waren, wo ich sage, okay, die müssen jetzt irgendwie nicht sein. Ja, aber trotzdem, also nochmal ganz kurz, ja, das ist so. Aber ganz ehrlich, wenn wir in dieser Situation, wenn wir spielerisch limitiert, ganz ehrlich, das hat die Eintracht auch schon gemacht. Es gab auch schon Momente, in denen wir, die radikal robustere Mannschaft waren und haben auch mit Haken und Ösen gekämpft. Das Ding ist, die Eintracht hat jederzeit die Qualität, sich daraus zu befreien, aber sie hat diese Qualität an dem Tag einfach nicht genutzt. Und dann, weißt du, ganz ehrlich, ich will so eine Verschiebung, also Schuldverschiebung, wenn wir überhaupt darüber sprechen, wir dürfen auch nicht vernachlässigen, am Ende, dass es jetzt eine Niederlage ist, jetzt glaube ich, guck dir an, wie wenig Saisonliederlagen die Eintracht hat, das ist jetzt die dritte Saisonliederlage. Die dritte Saison, die erste seit Dezember, glaube ich, in der Liga zumindest, wenn wir jetzt den Pokal mal rausrechnen. Pokal gibt es nicht, ist er schon weg. Da ist jetzt nichts bei passiert, also ist immer noch alles offen. Ja, aber es nervt doch gerade gegen so einen Gegner wie Bremen und auch bei dem Spielverlauf. Marvin, ich bin voll bei dir, auf jeden Fall, es war jetzt nur eins von vielen Spielen, aber es geht mir auf den Sack, dass du 1-0 führst, im Endeffekt das Spiel wirklich die ersten 20, 25 Minuten wirklich gut im Griff hast, dann irgendwie einen Knick drin hast und ich muss auch wirklich sagen, Patrizia hatte auch was Wichtiges gesagt. Ich fand auch, dass ein Dicker richtig gefehlt hat, aber auch vielleicht durch diese Positionsverschiebung, Hasebe raus aus der Doppel-6, ich fand, der hat auch tatsächlich, diese Doppel-6 hat nicht so harmoniert wie in den letzten Spielen, auch wenn natürlich vorher So war mal ausgefallen, ja, okay, da hat Hasebe da gespielt, jetzt hat das im Endeffekt so Rode, hat mir auch nicht wirklich gefallen. Das war einfach, da waren jetzt so viele Punkte irgendwie drin, wo wir eigentlich gedacht haben und da habe ich immer ein Basti im Ohr, eigentlich wollen wir ein System haben, da ist es egal, wer auf welcher Position spielt, die Spieler müssen ein bisschen, ja, müssen einfach performen, müssen springen. Diesmal hat es meiner Meinung nach nicht funktioniert, die Spieler war sehr, es war teilweise situations- und positionsabhängig, wie performt wurde und da muss ich wirklich sagen, klar, Hinti macht das immer ordentlich eigentlich und war auch jetzt auf keinen Fall der absolute Schuldträger dafür, dass wir jetzt hier verloren haben. Trotzdem war dieses ganze Konstrukt auf einmal unsicher und nicht mehr so stabil und das geht mir auf die Eier, dass das natürlich gegen Bremen passiert. Das ist eben ein Gegner, den kannst du mit der Leistung, die du eigentlich als Potenzial in der Mannschaft hast, Marvin, da hast du genau das Richtige gesagt, normalerweise müsste die Eintracht auf dem Papier, hätte das Spiel locker für uns ausgehen müssen. Dass du dann so Mittel hast, die Bremen natürlich nutzt mit einer entsprechenden Härte und so weiter, da uns den Spielfluss kaputt zu machen oder auch das Spiel ein bisschen schwieriger zu machen, das ist klar, aber du führst ja schon 1-0, du hast im Endeffekt schon sozusagen die Bremer an die Wand gestellt und dann finde ich es einfach schade, dass wir es nicht irgendwie ein bisschen schlauer, ja, irgendwie einfach ein bisschen schlauer gemacht haben und auch der VAR, klar, das war natürlich dann auch Situation, wo du sagst, ich kotze gleich, gerade beim zweiten Tor, das dann natürlich auch noch ein bisschen unglücklich läuft. Gut, ist halt so, trotzdem, es ärgert mich trotzdem immer noch. Ich kann mich irgendwie immer, auch wenn es jetzt schon 4, 5 Tage her ist, ärgere ich mich immer noch drüber, dass es einfach bei dem Spielverlauf jetzt so passiert ist gegen den Gegner. Generell, dass du mal verlierst, ist klar, das passiert. Aber das, sorry Marvin, deshalb, ich wollte dich eigentlich gar nicht wieder drehen, es hat mich nur, es hat mich so geärgert einfach mitreden, das ist einfach nervig. Lass deine Wut hier raus, ich bin froh, dass du das nicht twitterst, ja, nicht, dass das Ding am Dienstag noch mal weiter eskaliert, also insofern alles gut. Genau, 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 genau. Ist wichtig, ja. Aber ja, deshalb, es ist jetzt, müssen wir eh abhaken und es ist zum Glück, haben wir so gut gepunktet die letzten Spiele und auch gegen Gegner, gegen die ja keiner was erwartet hätte oder weniger, dann ist es ein kleiner Wermutstropfen, der aber schnellstmöglich jetzt wieder in die andere Richtung gehen muss. Ja, klar, das ist so, aber ich meine, ja, auf jeden Fall, ich muss aber auch sagen, und auch hier will ich die Eintracht wieder ein bisschen nicht in Schutz nehmen, sondern eigentlich in die Verantwortung, weil am Ende der zweiten Halbzeit habe ich auch viel zu wenig Aufbäume noch gesehen, also da waren kaum noch konsequente Vorwärtsbewegungen da, es war halt konsequent der Wurm drin, das hast du in dieser kollektiven Leistung der Mannschaft auch gesehen, dass die Offensivbewegungen nicht so gezündet haben, dass ehrlich gesagt auch jeglicher Wechsel einigermaßen verpufft sind. Und natürlich, weißt du, es kommt dann natürlich auch dazu, dass Kamada wirklich keinen guten Tag hatte, auch Juni ist vielleicht nicht so spielstark wie sonst war, es war für alle ein Tag, wo sie nicht so gut reinkamen und dann hast du so eine Offensivbewegung gemerkt, trotz der Tatsache, dass wir in der achte, ersten Halbzeit eigentlich das Ding hätten souverän runterspielen können. Ja, versuchen wir mal was Positives draus zu sehen, vielleicht war das tatsächlich jetzt nochmal so ein guter, guter Zeitpunkt in der Saison, mal vom Gegner abgesehen, sondern jetzt wirklich nur auf den Zeitpunkt geguckt, um da nochmal so ein bisschen die Mannschaft und alle Beteiligten wachzurütteln jetzt für die kommenden Spiele, die da kommen. Und ich glaube, damit sollte man es dann auch irgendwie belassen. Basti ist auffällig still bei der Bremen-Themat. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er was sagen will, deswegen habe ich dich jetzt noch nicht offiziell oder nicht direkt angesprochen, aber Basti, was ist denn dein Take dazu, wenn Marvin dich jetzt schon so ins Game reinholt? Ich wollte nur, dass er dazu sagt, dass es ein Aufwecker zur richtigen Zeit sein kann. Ja, so sehe ich es auch. Also im Endeffekt habt ihr die meisten Punkte schon angesprochen. Ich kann da gar nicht mehr viel hinzufügen, will ich auch gar nicht, weil ich es so schnell wie möglich vergessen will und mich auf Stuttgart konzentrieren will. Aber es kann sein, dass eben das gefehlt hat, dass du eben, wenn du das Gefühl hast, du schwebst durch die Liga und dann führst du wieder 1-0 und spielst die ersten 20 Minuten eigentlich auch wieder ganz gut, dass es trotzdem eben nicht selbstverständlich ist. Und ich habe das Gefühl, die Eintracht hat da irgendwie so eine Selbstverständlichkeit drin gehabt und dann braucht es vielleicht gar nicht viel, wenn die Eintracht nachlässt und der Gegner ist giftig, dann kann so ein Spieler auch kippen. Ich bin aber weiterhin der Meinung, dass das auch nicht hätte kippen müssen. Das heißt, ich glaube, wir hätten ganz anders geredet, wenn diese zwei Tore beiden abseits gewesen wären. Die Eintracht gewinnt es 1-0, was safe drin gewesen wäre, dann hätten wir anders geredet. Aber nichtsdestotrotz muss die Eintracht sich klar machen, dass ab jetzt oder beziehungsweise wahrscheinlich ja, dieses Bremen-Spiel war ja, ich meine, erinnert euch an die letzte Sendung, wie wir vor diesem Bremen-Spiel geredet haben. Wir haben alles andere als selbstverständlich erachtet, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und das war auch zu Recht so. Weil wir gesagt haben, das ist jetzt eine andere Saison. Die Eintracht ist jetzt 5 Punkte vor der Nicht-Champions-League und spielt jetzt gegen Gegner, die das wissen und die werden dann diese Mittel anwenden. Und da kann die Eintracht sich auch darauf einstellen, dass das in den nächsten Wochen passieren wird, dass Gegner sich solche Mittel suchen müssen, um gegen den Eintracht beizukommen. Ich glaube, Vereine wie Gladbach und Dortmund, die ich hier gerade spielen sehe und Bayern und Leipzig, die sind das, glaube ich, schon eher gewöhnt so. Die können da wahrscheinlich eher mit umgehen. Für die Eintracht ist es, glaube ich, noch neu, weil Marvin hat es gesagt, wir waren selber mal so ein Team, was sich dieser Mittel bedienen musste. Die Transition findet jetzt statt. Aber ich bin, was die Gemütslage von diesem Spiel betrifft, glaube ich, am meisten bei Dennis so. Das fuckt mich unglaublich ab, weil es unnötig gewesen ist. Und der Aftermath von diesem Spiel hat mich ja ein bisschen bestätigt, dass es unnötig gewesen ist. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass wir das Spiel schnell abhaken und genau diese Lernen mit ins Stuttgart-Spiel nehmen. Und ganz im Ernst, wenn das dafür sorgt, dass die Eintracht jetzt wieder auf Dampf ist für die Spiele, die jetzt kommen, dann ist doch alles in Ordnung. Weil, ich glaube, auch einer von euch hat es gesagt, punktemäßig ist alles in Ordnung. Wenn du Punkte einplanst und verlierst gegen Bayern, gewinnst gegen Bremen, bist du bei derselben Punktzahl. Also eigentlich alles easy. Ja, und der Leon hat es gerade eben in den Chat auch geschrieben. Er hat geschrieben, dass es schlimmer gewesen wäre, die Punkte in Dortmund oder Leverkusen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das schlimmer gewesen wäre, aber was mir jetzt beim darüber nachdenken so gekommen ist, du hättest natürlich, wenn du gegen Dortmund oder Leverkusen oder Bayern oder so, die Punkte halt hättest liegen lassen, hättest du halt eine Ausrede gehabt, wo du halt immer sagen könntest, naja, wir haben halt verloren gegen eine Mannschaft, die besser ist. Jetzt hast du halt verloren gegen eine Mannschaft, die halt schlechter ist. Da hast du keine Ausrede. Du kannst es nur an dir selbst festmachen und sagen, okay, wir haben halt einfach nicht das abgerufen, was wir können. Und ich glaube, das könnte tatsächlich dann noch so ein bisschen der Benefit von dem Ding am Ende sein. Genau, und halt, dass du halt keinen Gegner gestärkt hast, ne? Also direkt einen Gegner, ne? Korrekt. Wenn wir jetzt dann die anderen Spiele dann gewinnen, dann ist es ja in Ordnung. Aber darauf müssen wir halt jetzt gehen. Aber was für mich halt jetzt recht interessant ist, ist die Frage, was machen wir gegen Stuttgart? Und wie wir das ausgehen? Denn natürlich, wir haben es gesehen, die haben Schalke mit 5-1 weggekegelt. Wir kennen die Offensivstärke der Stuttgarter halt, ne? Und die Schnelligkeit. Und die Schnelligkeit. Erinnert euch an das Hinspiel. Ja. Da musst du ja tatsächlich was einfallen lassen, weil im Hinspiel war das eklatant. Im Hinspiel hast du eklatant gesehen, wie in der Kaderplanung tatsächlich trotzdem die Schnelligkeit ein bisschen vergessen wurde. Und das ist weiterhin so. Die anderen hat Mittel gefunden, dass man das nicht mehr sieht. Ich finde, gegen Bayern hast du es an gewissen Stellen gesehen, weil du überhaupt nicht kontern konntest, bis Ache drin war. Weil du halt irgendwie wirklich keine Spieler hast, die du gut schicken kannst. Und gegen Stuttgart würde ich tatsächlich, weiß ich nicht, die Statik ein bisschen nach hinten verlagern, dass die von mir aus anlaufen können, aber dass du denen dann irgendwie, weiß ich nicht, in der Hälfte von der eigenen Hälfte irgendwie dir entgegennehmen kannst und sagen kannst, so, zeig mal, was ihr könnt. Weil ich glaube, was die Eintracht jetzt auch mal machen kann, ist sich Stuttgart anschauen. Und Stuttgart kriegt Probleme, wenn man denen keinen Platz lässt. Am Ende ist Stuttgart so ein bisschen wie die Eintracht von nicht allzu langer Zeit, sag ich mal. Also die performen sehr, sehr gut. Die haben, glaube ich, 4-1 in Dortmund gewonnen. Dann haben die gegen eine Schalker Mannschaft jetzt gewonnen, wo die sich trotzdem zeitweise auch schwer getan haben. Ich glaube, wenn du Stuttgart ärgerst und denen eben nicht den Raum hinter deiner eigenen Abwehrreihe lässt, wo die dann reinrennen können, dann müssen die auch erst mal gucken. Das heißt, ich würde da wirklich mich, das hört sich immer blöd an, weil eben alle Trainer immer sagen, wir achten nur auf uns. Ich würde trotzdem mir wünschen, dass die Eintracht sich darauf ein bisschen einstellt, weil du kannst Stuttgart auch mit, einfachen Mitteln in den Zahn ziehen und dann selber gefährlich sein mit der Offensive, die jetzt trotzdem, ich habe es gesagt, dieses Jahr nur drei Spiele verloren hat. In dieser Saison, meine ich. Ja, dieses Geschwindigkeitsthema ist tatsächlich so ein bisschen ein Ding. Also du musst halt jetzt wirklich wieder so ein bisschen zu deiner Spielweise zurückfinden und gucken, dass du halt auch diese ganzen unnötigen Bälle da nicht verlierst und die halt einfach konsequent unter Druck setzen von Anfang an. Also wie du schon gesagt hast, wenn du denen da wenig Raum umlässt, dann kannst du da vielleicht schon was machen. Aber ja, wir müssen halt jetzt wieder zurück zu alter Stärke. Das Schöne ist, Endika kommt wieder zurück. Der hat ja seine Gelbsperre jetzt abgesessen. Das heißt, wir können in der Abwehr wieder auf die drei zurückgreifen und Hasebe wird ja wahrscheinlich dann da wieder ins Mittelfeld rücken. Und bei Stuttgart ist allerdings jetzt auch nicht so wahnsinnig viel an Ausfällen. Also Gonzalez scheint ja noch irgendwie so ein bisschen auszufallen. Aber ansonsten haben die ja auch alle Mann da an Bord. Das ist halt auch so ein bisschen ärgerlich an der Stelle einfach. Patricia, was ist denn so dein Gefühl, wenn du auf Stuttgart guckst? Ja, eigentlich, was Basti schon gesagt hat, es ist halt die Schnelligkeit, die macht mir Sorgen. Ich meine, wenn Bremen das schon ausgenutzt hat, dann wird es Stuttgart mit dem Kader auch tun. Und Stuttgart wird es gesehen haben, dass das funktioniert. Das wissen sie auch aus dem Hinspiel. Und es ist aber andererseits halt erwartbar, was da kommt. Also man kennt die Stärken der Stuttgarter. Die sind nicht leicht, die sind nicht leicht zu verteidigen. Vor allem nicht mit dem Kader, den wir haben, der einfach halt nicht so schnell ist. Aber es ist trotzdem, man weiß, was auf einen zukommt mit Stuttgart. Man muss halt einfach nur schauen, wie man das jetzt am besten angeht. Ich mache mir halt dann Sorgen, weil die Eintracht ja sehr, sehr gerne sehr hoch steht und sehr gerne sehr weit aufrückt und die Verteidiger bis ins Jenseits weiter schickt nach vorne. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das Hütter weiß, sonst wäre er nicht Trainer bei Eintracht Frankfurt und da auch entsprechend schauen wird, dass das nicht überhand nimmt. Also man wird sicherlich aus dem Hinspiel gelernt haben, das war schon nicht einfach zu verteidigen und da wird die Eintracht sich jetzt was überlegen und ich hoffe einfach, das funktioniert jetzt besser und man erwischt auch einen besseren Tag als gegen Bremen. so ein Hänger gibt es immer mal. Wie gesagt, ich finde auch, das Freiburg-Spiel war so ein kleiner Hänger zwischendrin, das hat man halt unentschieden gespielt, da hätten wir wahrscheinlich auch anders geredet, hätte man es verloren. Jetzt ist halt das Bremen-Spiel verloren gegangen, das war erwartbar, dass irgendwann eine Niederlage kommt und ich glaube aber, die Eintracht ist stabil genug, da wieder aufzustehen und sich auf ihre Stärken zu besinnen und dann weiterzumachen. Auch gegen Stuttgart. Ich habe, wie gesagt, Sorge mit der Schnelligkeit, aber ja, das ist jetzt nun mal so und wir werden sehen, was passiert. Patricia, du sprichst da extrem gute Punkte an, das sehe ich ganz genau so. Gerade auch, wenn es um die hochstehende Abwehr geht, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber ich glaube auch, von der Emotionalität her ist das, glaube ich, auch für die Mannschaft vielleicht gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, die sind, also ich habe jetzt nie reingehört, aber ich gehe hundertprozentig davon aus, dass die sehr sauer sind gegen Bremen, wo sie genau wissen, dass sie eigentlich nicht auf einen Qualitätsebene sind, dass sie gegen die verloren haben. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie das nicht nochmal wollen. Ich glaube, das ist vielleicht wirklich genau der Push zur richtigen Zeit und dann reden wir am Ende vielleicht in zwei Wochen gar nicht mehr über das Bremen-Spiel oder eher positiv, dass wir dann wissen, okay, es hat sogar was von Positives gebracht, denn Fakt ist, gegen Stuttgart musst du halt noch viel wacher sein, weil die gefährlicher sind, weil die eine andere Qualität an den Tag legen und weil die grundsätzlich, im Endeffekt ja sogar auch eine definitiv bessere Saisonspielen. Also ich glaube, das hilft uns, aber wir dürfen nicht vernachlässigen, dass Indica wieder zurückkehrt, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht ist es bei Hasebe schon so ein paar Prozent Schnelligkeit, die aktuell, wenn er aus der Innenverteidigung kommt, fehlen, die er eher aus dem defensiven Mittelfeld dementsprechend gut ziehen kann. Also da ist mir ist auch so ein bisschen aufgefallen, Basti, du hast ja, und das ist auch nochmal so ein Punkt, ohne großartig über Einzelspieler zu sprechen, hast du ja auch die Thematik mit Rode nochmal am Montag aufgemacht bei Fußball 2000. Das finde ich natürlich auch relevant, am Ende ist es dann so, dass Hasebe wieder spielen wird mit So und dann rotiert Rode wieder raus, der für mich aktuell auch nicht so hundertprozentig, ich muss auch sagen, ich habe im Verlauf der zweiten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit, habe ich auch schon richtig das Gefühl gehabt, okay, eigentlich muss jetzt Rode raus, weil er überhaupt nicht mehr im Spiel war und ich habe jetzt gerade generell das Gefühl, dass Rode momentan nicht so hundertprozentig in diese Formation reinpasst, deswegen bin ich tatsächlich froh, dass wir bald wieder mit Hasebe und Soda spielen. Ja, bloß wie du schon gesagt hast, Indica jetzt wieder da ist, der ja auch immer nochmal so ein bisschen Geschwindigkeitsbonus mitbringt, was wahrscheinlich dann da auch nicht verkehrt ist, aber ich finde, wie du schon sagst, Patricia hat da einen wichtigen Punkt angesprochen, wir müssen halt einfach gucken, dass wir die Räume in der Abwehr da dicht kriegen, dass wir halt konsequent halt eben versuchen, da halt entweder die Lücken zuzumachen oder sehr deutlich irgendwie die Spieler ins Abseits zu stellen, weil ich auch gerade irgendwie das Gefühl habe, dass die Unparteiischen an der Seitenlinie so ein bisschen blind geworden sind, was Abseits angeht, um das mal freundlich auszudrücken, also ich glaube, da müssen wir halt wirklich aufpassen, also wenn du da so teilweise große Lücken hast, dann wird es echt eklig da hinten raus. Also auf Abseits spekulieren, da kriege ich absolute Panik, wenn ich nur dran denke, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich möchte das nicht sehen, ich habe große Angst davor, was dann passieren wird. Ja, ich meine, man muss den Stuttgartern das auch gar nicht anbieten. Jetzt mal ganz im Ernst, jeder denkt jetzt, oh, die Eintracht muss gegen Stuttgart gewinnen, Stuttgart wird dann auch wahrscheinlich denken, die Eintracht geht Vollgas, spielt zu Hause, muss gewinnen, bla bla bla, musst du ja gar nicht. Ich meine, am Ende sagst du, ja, alles klar Leute, schauen wir mal. Also du musst ja gar nicht volle Kapelle gegen die spielen und guck erst mal, wie die zurechtkommen, wenn die eben ihre Schnelligkeit nicht nutzen können, weil die haben tatsächlich Spieler, die sind gut, aber die haben safe keine Mannschaft, die dich zurecht spielen kann, sondern die haben eine Mannschaft, die deine Lücken ausnutzen kann und wenn du denen keine gibst, dann kommen die auch vor Probleme und die hatten auch eine Phase jetzt gar nicht so lange her, wo genau das auch ins Stocken geraten ist, wo jeder gesehen hat, okay, wie macht Stuttgart das, wie kann man das verhindern? Und ich hoffe, dass ihr Alter hat sich das angeschaut und Patrizia hat gesagt, das wird Hütter gemacht haben und da kannst du da eventuell auch einfach mal unspektakulär gewinnen und eben nicht so, dass wir hier nächste Woche sitzen mit offener Hose und denken, hast du das gesehen, hast du das gesehen? Nee, gewinnst du einfach 2-0 nach zwei Standardsituationen aus dem Haus, so fertig, so. Ich glaube, das ist jetzt wichtig, es ist wichtig, dass die Mannschaft auf Temperatur ist, dass die Mannschaft, ja, ja, dass sie sich nicht beirren lässt und ich glaube, das passiert auch nicht, weil dafür gibt es keinen Grund, es gibt keinen Grund, weil es ist nichts passiert, wo man sagen könnte, oh Gott, das war jetzt ein Anzeichen, dass in irgendeiner Weise irgendwas in eine andere Richtung läuft und wenn das so ist, dann wird das noch ein paar Spiele dauern, weil selbst wenn die Eintracht jetzt gegen Stuttgart unentschieden spielt, ist immer noch die Welt nicht untergegangen, so, es ist einfach eine normale Phase, nur weil die Eintracht zehnmal hintereinander gewinnt, heißt das nicht, dass wir jetzt keine normale Bundesligamannschaft mehr sind, die auch Spiele verliert, ich meine, Leverkusen verliert auch daheim gegen Freiburg, so, was sollen die jetzt machen, den Spielbetrieb einstellen, nee, also es ist so, dass man da die Ruhe bewahren muss und ich habe es glaube ich am Montag dann, ich glaube, das war im Heimspiel dann mal, zu viele Sendungen, habe ich auch gesagt, ich bin froh, dass Hütter ein Trainer ist, der eben diese Ruhe bewahrt, der sich nicht, wie wir teilweise, emotionalisieren lässt, sondern der genau in so Situation, auch wo man 70 Mal unentschieden spielt, wo wir schon völlig ausgeflippt sind, die Ruhe bewahrt, einen richtigen Stellschrauben dreht und genau die Schrauben sorgen dann dafür, dass du eben diese Siegesserie startest und ich bin frohen Mutes, dass er auch aus diesem, ich will es nicht mal Tal nennen, aus diesem Ausrutscher die richtigen Lehren zieht und dann schauen wir mal, was passiert, ich glaube, dass das Bremen Spiel, wie soll ich sagen, ich hätte gedacht, das ist das größte Problem, aber dann kamen ja Montagabend noch ganz andere Sachen, die, glaube ich, mehr Einfluss nehmen könnten, als irgendwie, dass man sich halt von irgendwelchen limitierten Bremener provozieren lassen. Ich finde es gut, das ist noch eine kleine Spitze am Rande, aber ganz kurz, wenn wir nochmal bei Stuttgart bleiben, wir haben ja, wenn wir uns die Mannschaft angucken, Stuttgart ist ja jetzt in den letzten Spielen extrem stabil gewesen mit Anton und Kempf, die ja einigermaßen gut auch reingefunden haben, aber trotzdem wissen wir auch eigentlich um die Limitiertheit, auch wenn ich Anton gerne bei der Eintracht gesehen hätte und wir hatten, und Kempf haben wir ja früher mal bei der Eintracht gesehen, aber die wissen, also wir wissen auch, wenn wir die längere Zeit betrachten, dass die durchaus auch Anfälligkeiten haben, diese können wir auch ausnutzen. Ich glaube beispielsweise, dass ein Anton durchaus Probleme hat mit einem sehr gut aufspielenden Younes. Das glaube ich schon. Also der wird nicht genau hundertprozentig wissen, wie er die zu bespielen hat. Und außerdem, wir müssen auch in unsere eigene Stärke glauben. Guckt ihr an, was wir für Granaten da vorne haben. Wir haben so jemanden wie Silva, ja, und der ist bestimmt jetzt schon sauer, weil er nur ein Tor gemacht hat. Jovic wird auch mal brennen, vielleicht ist es auch eine Option, über den auch mal früher zu brennen, vielleicht auch mal wirklich vor der Kapelle zu gehen. Ey, die können, die wollen ja auch, glaube ich, mal ein bisschen totspielen. Je länger Jovic da auch irgendwie hufenscharrend auf der Bank Platz nehmen muss, desto ungeduldiger wird er auch. Und seine Wut wird er auch irgendwie an kommenden Gegnern auslassen. Also ich glaube, wir müssen die Qualität der Eintracht auch definitiv sehen. Und dann ist immer noch alles möglich. So ist es, Marvin. Genau. Und du hast ja auch, ihr habt vorhin angesprochen, die haben jetzt gut gepunktet oder sind ganz stabil. Wenn ich mir anschaue, da haben sie ja mal gegen 5-1 gegen Schalke gewonnen. Das ist natürlich jetzt wirklich kein Maßstab. Dann 1-0 gegen Köln. Ja, ist nicht schlecht. Dann aber 1-1 gegen die Hertha. Dann haben sie 5-2 auf die Mütze bekommen gegen Leverkusen. Es sind im Pokal ja auch mit 2-1 gegen Gladbach ausgeschieden. Also du merkst, das ist jetzt nicht, dass die hier alle Top-Mannschaften nach und nach auseinander gespielt haben. Und die kommen jetzt nach Frankfurt und wir haben dieses kleine, sag ich jetzt mal, Tief oder den Ausrutscher gegen Bremen gehabt und oh je, jetzt kommen die auch noch, die sowieso hier die Übersaison oder den Überfebruar gespielt haben. Das haben sie nämlich nicht. Die sind im Endeffekt, wir haben jetzt zweimal hintereinander natürlich gepunktet gegen Mannschaften, wo es aber auch der Anspruch von Stuttgart sicherlich ist, da muss gepunktet werden. Und deshalb, ich denke, dass wir uns da keine Angst haben müssen. Denn klar, die Schnelligkeit ist da. Klar, wenn wir total beschissen spielen und überhaupt komplett unkonzentriert sind, dann werden sich wieder Lücken auftun. Da muss man aufpassen, dass eben diese Unzulänglichkeiten diesmal nicht stattfinden, dass eben so Schläfrig nicht diese 110 Prozent, die wir eigentlich immer fordern. Und das will ich jetzt auch sehen. Die Reaktion habt ihr aber schon richtig angesprochen. Hütter ist da genau der richtige Mann, um da jetzt die Leute wieder zu polen, richtig in die richtige Richtung zu bringen. Und ja, ich denke auch, dass wir da keine Angst haben müssen. Stuttgart ist und bleibt keine Übermannschaft. Auch wenn sie ganz okay sind, ist das nichts, wo ich sage, unbespielbar für die Eintracht und noch schon gar nicht unbesiegbar. Alles wichtige Punkte. Würde mich ja interessieren, mit welcher Aufstellung geht ihr da am Wochenende in das Spiel? Wir hatten ja schon gesagt, Indica kommt wieder, dafür wird wahrscheinlich Hasebe ins Mittelfeld rücken. Würdet ihr da sonst noch Änderungen an der Aufstellung vornehmen? Ich glaube, ich würde das was machen. Ich würde es jetzt mal probieren. Es ist jetzt noch eine weitere Woche. Ich würde jetzt Silber und Jovic vorne stellen. Also du bist Team Doppelsturm. Und Yunus dahinter und Kamala kriegt mal eine kleine Pause. Okay. Gehe ich mit? Also genau das, was ich mir jetzt ehrlich gesagt auch erhoffe. Und ja, also lass uns das doch mal einfach mal probieren. Wir kennen ja alle die Entstehungsgeschichte der Büffelherde in Stuttgart. Warum nicht nochmal? Wie sieht es denn aus vom Tempo her auf der rechten Seite mit Durm? Ist das schon euer Spieler, den ihr da sehen wollt? Oder sagt ihr, in so einem Spiel könnte Thorea auch mal zu gebrauchen sein? Ich bin so ein bisschen unentschlossen. Ich hatte gerade eben überlegt, ob tatsächlich Thorea, weil ich den Punkt, den Basti da angebracht hatte, eigentlich ganz charmant fand zu sagen, okay, wir müssen nicht irgendwie volle Kette nach vorne, sondern vielleicht auch eher aus so einer soliden Abwehr. Dann könntest du ja schon einfach sagen, dass du das System so ein bisschen mehr drauf verlagerst, dass du halt auch sagst, du hast einen Thorea auf der rechten Seite, der sich halt mehr zurückfallen lässt, dass du halt viel mehr auch in so einer Viererkette arbeitest, um halt die Räume hinten dicht zu machen, um dann irgendwie in die Konter zu gehen. Das passt natürlich nicht so wirklich mit eurer Zwei-Stürmer-Traktik zusammen, die ist dann doch eher wieder volle Kapelle nach vorne. Von daher weiß ich nicht. Durm hat mich gegen Bremen halt auch immer wieder aufgeregt, weil ich fand, dass er viel, viel auf falschen Positionen unterwegs war. Ich bleib bei Durm, ich bin eigentlich großer Touré-Fan, aber ich seh's irgendwie gerade nicht, dass er reinkommt und Durm war derjenige, der halt trotzdem solide gespielt hat und ich erhoffe mir jemand, dass auf der Seite der mir nicht auffällt und das war bei Durm meistens so und zumindest was, ich glaube, warum das bei mir so ist, ich hab gegen Bayern Szenen im Kopf, da ist Touré überhaupt nicht hinterhergekommen. Das ist richtig. Und ich glaube, Durm ist ein bisschen schneller als Touré, das heißt, jeder, der auch nur eine gewisse Kilometerzahl, hier Stundenkilometerzahl mit ins Spiel bringen kann, ist jetzt willkommen. Also von daher, nimm Durm und Gut, gerne. Ich meine, wir haben auch immer noch überlegt, wir haben auch natürlich immer noch unsere absolute Freak-Aufstellung in der Hinterhand. Also, wer Bock hat, dann Barcock statt Durm zu stellen plus Doppelspitze, dabei, dabei. Hade ich auch gerade überlegt, aber das ist ja dann wirklich eher so, äh, überrennen. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also, wäre mir, glaube ich, jetzt tatsächlich ein bisschen zu offensiv und ich glaube auch nicht, dass Hütter das machen würde. Nee, ist aber wahrscheinlich das Falsche jetzt, weil die Eintracht braucht jetzt erstmal ein bisschen Sicherheit, dass das Spiel anfängt und man sieht, okay, es geht wieder was und dann trifft man vielleicht und lässt dann eben nicht nach. Ja. Also von daher, ich würde gar nicht viel ändern zu den Spielen, wo man erfolgreich war. Nee, also muss man auch, lass uns doch einfach wirklich dabei bleiben, dass wir sonst den Laden erstmal beisammen halten, weil so eine Änderung, allein wenn wir Kamada rausnehmen und dann zwei Stürmer anstatt einem haben, das ist schon mal Änderung genug, auf das sich die Mannschaft einstellen muss. Und wie gesagt, Dürrm hat jetzt auch überhaupt nichts Negatives gezeigt, dass man sagen müsste, wir müssen jetzt jemand anderen rausnehmen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht mal aus der Bank oder von der Bank kommen und mal wieder ein Chandler irgendwann mal eine Möglichkeit geben im Laufe der zweiten Halbzeit. Der hat sich bestimmt auch schon wund gelaufen, also vielleicht wird es da mal Zeit, aber ansonsten, ich würde jetzt sonst nicht viel ändern. Patricia, oder siehst du da noch ein bisschen was? Nee, ich sehe es ähnlich. Ich finde auch Doppelspitze ganz cool. Ob das jetzt passieren wird oder nicht, ist eine andere Sache, aber ich finde es jetzt vor allem langsam sogar noch mehr eine Option als vorher, weil wir auch Ache haben, der noch von der Bank kommen kann. Also du bist jetzt nicht mehr so darauf angewiesen, dass du sagst, okay, wenn wir Silva und Jovic aufstellen, können wir gar nichts mehr nachliefern im Sturm, können wir jetzt sehr wohl und ich finde, der hat das gegen Bayern auch ganz gut gemacht. Also mir haben die Ansätze eigentlich gut gefallen. Deswegen kann man da auch, wenn irgendwie einer von beiden Stürmern da nicht seinen Tag erwischt oder ein bisschen müde ist, dann kann man es auch immer noch wechseln. Also deswegen ist, glaube ich, jetzt so langsam die nächsten Wochen sind auch gute Zeitpunkte, das vielleicht mal zu probieren, wenn denn nötig oder gewollt, gewünscht. Aber ja, ansonsten, ich bin, glaube ich, mit beiden Aufstellungen fein. Also ob wir jetzt so spielen wie die letzten Wochen oder mit einem Doppelsturm, ansonsten würde ich nicht viel ändern irgendwie hinten. Okay. Ich habe jetzt mal Doppelsturm hier notiert und dann gucken wir mal, ob es in die Richtung geht. Und dann jetzt an die Frage an euch, was wären denn eure Ergebnistipps? Also da treffen ja jetzt zwei Mannschaften aufeinander am Wochenende, wo durchaus auch mal das eine oder andere Torfeld. Also wir haben 46 geschossen, 32 kassiert. Stuttgart hat auch 44 geschossen, 36 kassiert. Da sind auch immer mal wieder so hohe Ergebnisse drin. Was ist denn so euer Gefühl ergebnistechnisch da fürs Wochenende? Basti, fang du doch mal an. Ich leider, leider habe ich irgendwie das Gefühl, das Spiel geht 2-2 aus. Wieso wusste ich, dass du das sagst? Patricia? Dann sage ich 2-1 für die Eintracht, weil ich gewinnen will. Dennis? Ein Tor mehr für die Eintracht, 3-1. 3-1. Marvin? 4-2. Okay. Ja, es wird ein wildes Ding. Ich habe so irgendwie Bock auf ein Offensivfeuerwerk, bei dem ich sehr oft ärgere. Zwei Dinge kassieren wir auch, aber wir machen am Ende vier. Die Doppelspitze hat in der Offensiv natürlich auch den einen oder anderen Vorteil. Also ich glaube, das wäre doch mal wieder ein ganz schönes Spiel. Ja. Ich nehme das Ergebnis, was mir zuerst in den Kopf gefallen ist und das ist ein 5-1. Okay. Je später wir aufzeichnen, desto mehr trinkst du vor der Sendung. Das ist auch gut. Ja, ich hatte einen Fenchel-Tee. Ich weiß nicht, fällt das unterdrücken oder ist das einfach nur Geschmacksverirrung? Ach ja, gute Frage, ehrlich gesagt. Gut. Also wird auf jeden Fall eine interessante Nummer und ich bin mal gespannt, was dann dabei so rumkommt und wie wir uns da schlagen werden. Ja, jetzt könnten wir noch über andere Dinge in Stuttgart sprechen, die da so passiert sind. Die sind ja auch, haben ja auch so ein bisschen abseits. Wir hatten es ja vorhin auch schon so abseits, ist ja Stuttgart auch gerade eben so ein wildes Ding. Basti, ihr sprecht da ja auch bei 93 immer mit Enzo, mal wieder so ein bisschen darüber, da passiert ja auch einiges so hoch und runter. Ja. Es fällt mir die Überleitung gerade nicht ein. Also ein, dieses Thema war ja so diese Datenthematik, die die da auch hatten, was auch so ein bisschen unkleinig ist, echt auch so ein bisschen sehr merkwürdig fand. Und die Eintracht hat ja jetzt die Woche da auch ein bisschen was getan, um sich so ein bisschen mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Basti, möchtest du dazu kurz mal einleiten? Ja, ich habe gesehen, dass die Eintracht eine neue App rausgebracht hat und ich muss sagen, ich war sehr, sehr begeistert, weil ein Problem, was ich bei der Eintracht in der Vergangenheit immer hatte, war, dass ich 4000 verschiedene von diesen EF-Nummern hatte, Mitgliedschaft, Karte hier, Oberbukarte da bestellt. Dann musste man im Internet ja immer diese F-I-F-L, man wusste nicht, ob es ein I, ob es ein L ist, Zeilencode, Karten bestellen. Dann hast du beim Trikotbestellung auch noch mal was anderes gehabt und als ich die App mir angeschaut habe, habe ich gesehen, das ist jetzt alles ein Konto, das heißt, man hat jetzt ein Eintrachtkonto, wo man Trikots, Karten, Dauerkarten, alles auch im E-Wallet hat und ich glaube, für mich persönlich ist das allerbeste, dass ich jetzt pro Jahr wahrscheinlich mindestens 40 Euro sparen werde, weil ich meine Dauerkarte nicht mehr verlieren kann und diese 40 Euro Wechselgebühr zahlen kann. Weil man die jetzt auch im Wallet hat, wenn man... Oha. Wenn dann demnächst wieder ein Stadion. Bei einem Wallet haben kannst du vorher schon, aber sie bringt dir halt nichts, weil du halt nicht ins Stadion kannst. Also meine ist schon, ich habe mich da eingeloggt und dann war die Automatik drin, ich kann jetzt nicht mehr reingenommen und dann habe ich da meine Dauerkarten der letzten Jahre, die sind zwar da, klar kann ich damit nichts machen, aber es ist gut zu wissen, dass ich da jetzt nicht mehr irgendwie dieses Ding ausfüllen muss, Verlustmeldung unterschreiben, einscannen, da hinschicken. Musst du die noch ausfüllen oder kennen die dich mittlerweile schon da, was das angeht? Ich musste die trotzdem jedes Mal ausfüllen. Achso, das ist natürlich doof. Und ja, ich hatte da sehr, sehr viele Probleme tatsächlich auch, gerade als Europapokal war mit diesen ganzen FI-Nummern. Ich weiß bis heute nicht, ob es ein I oder ein L war. Ging dann trotzdem irgendwann. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, dass die Eintracht in dem Bereich auf jeden Fall aktuell schon viel richtig macht. Weil, da kennst du dich jetzt besser aus, aber ich habe irgendwie mir so ein kleines Video angeschaut, wo die auch gesagt haben, dass die das alles selber gemacht haben und jetzt nicht irgendwie wie andere Mannschaften da irgendwie andere Ticketsysteme angezappt haben, und dann das ist komplett selber aufgebaut. Aber da bist du der Experte. Ich muss ja dazu sagen, es war ja glaube ich 2019 tatsächlich schon nach der Mitgliederversammlung, als man gesagt hat, man möchte jetzt in diese Richtung gehen und damals gesagt hat, man möchte auch so Bezahlsysteme für im Stadion dann jetzt irgendwie in eigener Hand haben und selbst entwickeln, habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil ich gesagt habe, liebe Leute, ihr seid ein Fußballverein, jetzt hört doch auf mit dem Kram, lasst das doch, die Leute machen, die das können. Und ich muss sagen, dass meine Meinung sich dahingehend geändert hat. Ich habe mir auch dieses Video angeguckt, den können wir ja auch nochmal verlinken, das ist glaube ich auf der Eintrachtseite auch. Und da sind ja auch nochmal so ein paar Hintergründe drin und ich finde das tatsächlich einen ganz smarten Move, weil du dich halt nicht abhängig machst. Also wie viele Möglichkeiten als Verein hast du es denn, Kontakt zu deinen Mitgliedern aufzubauen? Entweder über irgendwelche Versammlungen, über die Spiele und ansonsten halt über die ganzen anderen Sachen, die halt zwischen Fans und dem Verein stattfinden, wie du schon gesagt hast. Das sind halt irgendwelche Ticketsbestellungen, Dauerkarten, das sind aber halt auch Einkäufe in Fanshop etc. Und was du eigentlich ja nicht willst, ist, dass dann da irgendwer dazwischen sitzen zu haben, von dem du dich abhängig machst und der dir im Zweifelsfall halt sagt, was du wie zu tun haben willst, weil du willst das ja schon irgendwie in der eigenen Hand haben. Und von daher finde ich das eigentlich einen ganz smarten Move und auch dieses Thema mit dem Datenschutz, deswegen Stuttgart, da hat man ja gerade eben gesehen, wie das hochkochen kann, wenn du das nicht irgendwie richtig machst. Und von daher finde ich das eigentlich eine ganz solide Sache, dass die sich da jetzt Gedanken gemacht haben. Also wie gesagt, meine Meinung hat sich da komplett um 180 Grad gedreht, weil ich am Anfang noch aus dieser Denkweise drin war, die Eintracht ist ein Fußballverein, aber wir müssen halt auch so ehrlich sein, dass so Fußballvereine auf der Ebene sind halt schon eher so kleine international agierende Konzerne und da willst du jetzt nicht irgendwie mit einem, weiß ich nicht, Amazon, Facebook, Google oder irgendwas da rumhantieren. Also von daher schon ein smarter Move. Die App ist jetzt aktuell verfügbar für iOS, Android und erstmal nur für die Smartphones. Kommt wohl später noch für Tablets, weil ja dann da auch Eintracht TV und so weiter drin ist. Also ich finde das Ding eine ganz runde Geschichte. Ja, und sollte man sich auf jeden Fall angucken. Allein schon, um, wie Basti gesagt hat, seine Dauerkarte da drin zu haben und die nicht zu verlieren. Auch dieses ganze Ticket weitergeben ist auch immer so ein Ding. Ich habe das ja mir eine Zeit lang ja mit der Alex immer mal die Karte geteilt, weil dann immer so die Frage war, wo trifft man sich, macht Kartenübergabe und so weiter. Den ganzen Hässel hast du dann damit auch einfach nicht mehr. Also die haben sich da schon echt viele Gedanken gemacht und so wie ich das verstanden habe, sind die da auch sehr offen, was Feedback angeht. Von daher, ja. Aber René, wie funktioniert denn dann die Ticket-Weitergabe? Die Ticket-Weitergabe funktioniert halt in dem Falle, dass du quasi eine E-Mail-Adresse angibst, wenn du das Ticket... In der Fall, ich kann es Marvin schnell erklären, Marvin. Das ist so, wie du mir die WrestleMania-Tickets geschickt hast. Ach so, okay. Weiß halt jetzt sonst keiner da draußen, wie das war. Na, wir haben uns in der dunklen Gasse getroffen. Wir haben viel Geld gegeben. Nee, aber du kannst quasi, das ist aus dem Wallet, kannst du das weiterschicken einfach. Super, das ist ja mega easy. Also du hast halt, auch wenn du eine Dauerkarte hast, hast du halt nicht eine Karte da drin, sondern du hast halt, so wie ich das verstanden habe, für jedes einzelne Heimspiel ein Ticket da drin und kannst halt dieses einzelne Ticket entweder in diese Ticketbörse stellen oder wenn du halt das an einen Kumpel weitergeben willst, dann gibst du halt die E-Mail-Adresse an und dann geht bei demjenigen halt eine Nachricht auf, der muss halt dann die App haben. Das ist halt der einzige, das geht halt dann nicht ohne. So, aber dann kriegt derjenige halt eine Message, da ist halt der Link drin, da geht die App auf und dann hat der halt wiederum in dem Wallet seine Karte drin. Du musst halt kein irgendwie Dings machen mit Übergabe und wo irgendwie finden. Du hast auch automatisch diese ganze Kombi-Ticket mit RMV mit drin, also auch diese Anreise-Abreise-Thematik ist da mitgelöst, ohne dir jetzt Gedanken zu machen, wie kommst du jetzt aus Fulda erstmal irgendwie nach Frankfurt, um dann an die Karte ranzukommen. Also das ist schon durchdacht an der Stelle. Mega geil, finde ich super. Das Einzige, was ich gehört habe, was ich natürlich als sehr negativ betrachte, ist, dass FFH wohl als Nachrichtenpartner da drin ist. Ja, kann ich verstehen. Wie gesagt, sie sind offen, was Feedback angeht, dann schreibt doch einfach mal so eine böse Mail dahin. Ja. Was ich auch noch gut finde, ist, dass man ganz klar gesagt hat und auch eingesehen hat, dass die Fans keinen Bock mehr auf so einen Pay-Clever-Scheiß haben und Just-Pay-Bullshit und die gesagt haben, aber es ist natürlich auch so, dass man ab und zu kein Bargeld dabei hat. Das heißt, im Endeffekt kannst du, glaube ich, auch irgendwann, wenn es mal wieder irgendwann geht in 100 Jahren, da auch irgendwie mit dem Handy quasi im Stadion bezahlen, aber auch mit Bargeld. Das heißt, du hast jetzt beide Möglichkeiten. Das heißt, wenn es kein Just-Pay gibt, musst du dich auch nicht an diesem, ändert euch an die Schlangen, an diesem Commerzbank-Automaten. Oh Gott, ja. Wenn du sagst, ich gehe mal schnell Geld holen und verpasse die komplette zweite Halbzeit, weil da irgendeine Schlange ganz klein ist. Grüße, Dennis. Das heißt, am Ende hast du, vielleicht gar nicht, ob es für mich so gut ist, weil ich kann jetzt ständig mit dem Handy mir dann ein neues Bier kaufen. Aber ich glaube, der Eintracht hat sich da schon Gedanken gemacht und ich finde, dass wir immer über die Eintracht gemeckert haben, dass die in vielen Bereichen hinten dran ist. Und das ist jetzt mal ein Bereich, wo die Eintracht vorne dran ist. Und ich glaube, diese App, klar, ist jetzt erst mal am Anfang, aber da können noch einige Dinge mit reinspielen. Und was ich halt wichtig finde, dass die es nicht einfach gemacht haben und darauf geschissen haben, was man dazu sagt, sondern dass die sich halt tatsächlich mit diesen Themen Just-Pay und Ticketing und doch nicht personalisierte Tickets und die kannst du trotzdem so weitergeben. Und dass die auch, glaube ich, einen Datenschutzrat eingerichtet haben, irgendwie, der aus der Fanszene kommt, da ein bisschen draufschaut. Finde ich im Endeffekt gut. Für mich ist es nicht so gut, weil ich an gewissen Stellen spare ich Geld durch die Dauerkarte, werde aber safe wahrscheinlich mir mehr Getränke und Essen im Stadion kaufen und ich werde mir wahrscheinlich noch mehr Merch kaufen, weil so ein bisschen erinnert mich die App an ASOS so. Da kann ich dann einfach da reingehen und mir gucken, Rabatt und bla und diversen Kleinkram kaufen. Also, was immer verhindert hat, dass ich mir Merch von Eintracht gekauft hat, war tatsächlich, dass ich keinen Bock hatte, auf die Homepage zu gehen, da bin ich ehrlich. Dann da und dann hat da was gefehlt und dann wusste ich mein Login nicht, dann kam die E-Mail mit dem Passwort vergessen nicht. Das ist jetzt leider in Anführungszeichen weg, da bin ich gespannt, wie sich das auf meinem Merchkauf auswirkt. Ja, also du hast gesagt, die Eintracht hat sich da Gedanken gemacht, die App ist ja nur so ein bisschen quasi jetzt das Schaufenster, was man durch, dass man da reinguckt, was ja der viel spannendere Teil ist und wo die Eintracht halt wirklich diesen großen Schritt auch nochmal wirklich zu so einem Profi-Unternehmen auch gemacht hat, ist halt eben sich diese ganze Infrastruktur dahinter anzugucken und zu sagen so, okay, was haben wir denn an Infrastruktur mit Ticketshop, mit Merch, mit sonst irgendwas und den kranzen Kram sich dann halt auch anzugucken und dann auch hoffentlich in Zukunft besser zu machen, dass du nicht mehr das Problem hast, dass das Ticketsystem dann ständig irgendwie abkackt. Das ist halt ein Ding, genau, das wollte ich gerade ansprechen, das muss halt auch erst bewiesen werden. Genau. Also das mit dem Ticketsystem war ja teilweise eine wirkliche Katastrophe. Ja, das ist korrekt. Also ich liebe Grüße an unseren Lieblingsfreund Chris hier, der teilweise 3000 Euro auf dem Konto blockiert hatte, weil die Eintracht ihm viermal das Geld abgebucht hat mit den ganzen Karten und dann erreichst du irgendwo niemanden. Also natürlich, ich meine, ich sage mal so, die Infrastruktur steht, du hast gesagt, die Eintracht hat es selbst aufgebaut, das ist dann mit Sicherheit auch ein Projekt, was langfristiger war und was gar nicht so einfach ist und du das wahrscheinlich auch einfacher einkaufen kannst, aber den Stresstest muss es natürlich bestehen, wenn du irgendwie Kartenverlosungen für, weiß ich nicht, Champions League Spiele zum Beispiel hast. Das wird natürlich noch kommen. Da bin ich auch sehr gespannt und der Test im Stadion muss auch noch kommen, dass da jemand hinter dem Bierstand steht, der auch rafft, dass ich mit dem Handy bezahlen kann. Also ich war schon tatsächlich in Tankstellen und wollte mit Apple Pay bezahlen und die hätten fast die Polizei gerufen, weil die dachten, ich will die verarschen. Schauen wir mal. Ich hatte das auch schon, dass ich bezahlt habe und dann mir die Kassiererin erklärt hat, aber sie haben noch nicht bezahlt. Ich habe bezahlt. Nein, haben sie nicht. So ist es. Da kann ich mir auch die ein oder andere interessante Szene im Stadion vorstellen. Aber gut, ich gehe davon aus, dass das Personal gespielt wird. Schauen wir mal. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass man da den nächsten wichtigen Schritt getan hat. Und ja, mal gucken. Hoffen wir mal auf baldige Lasttestmöglichkeiten im Stadion, wenn die Eintracht gegen Real in der Gruppenphase der Champions League spielt. Falls Real es überhaupt so weit schafft. So, sollen wir jetzt mal langsam über offensichtliche Dinge sprechen? Der Elefant im Raum. Der Elefant im Raum. Hütter bleibt. Richtig, ja. Fangen wir mit den positiven Dingen an. Hütter hat am Wochenende gesagt, er bleibt. Das war ja immer so der eine Personale, die so ein bisschen unklar war. Finde ich eine wichtige Aussage, dass die Mannschaft jetzt einfach da Sicherheit hat. Ich finde nach wie vor Hütter einen guten Trainer und ich glaube auch, dass der noch so ein bisschen Idee und Kreativität hat, was da mit dieser Mannschaft passieren könnte. Von daher finde ich das erstmal sehr solid. Ja, also ich finde es extrem spannend, weil ich würde ganz gern eigentlich auch wissen, in welchem Verhältnis das zu der anderen Meldung steht. Welche? Konstrukt, naja, also die, beispielsweise die Ben Manga-Meldung, davor auch. Die habe ich auch noch hier auf der Liste, sehr gut. Genau, dass Ben Manga im Endeffekt auch definitiv bleibt und dementsprechend auch nochmal hochrückt in seiner Position. Das finde ich auch eine spannende Situation, dass wir also hier Kontinuität haben. Hübner wird ja nach zehn Jahren die Eintracht verlassen, finde ich auch vollkommen in Ordnung, dass da mal ein Wechsel vonstatten geht, auch neue Impulse, die wir dann mit anderen Leuten vielleicht besetzen können. Aber natürlich, also die Hütte, eigentlich ist es schade, wenn wir diese Hütter-Thematik so kurz nur abhandeln. Denn das ist schon mal eine grandiose Aussage, dass er die überhaupt am Sonntag so relativ deutlich getätigt hat. Weil, ja, es gab ein Interesse aus Gladbach. Das ist auch, glaube ich, gar nicht wegzudiskutieren. Auch wenn mein lieber Florian da natürlich auch ganz hoch im Kurs ist. Ich nenne übrigens nur noch Florian. Das habe ich mir mal bei den Plänen abgeguckt. Bist du noch nicht bei Flo angekommen? Nee, nee, Florian, nee, mein Florian. Also, wir müssen das auch alles mal ein bisschen... Ja, Flo-Co, Florian. Also, ne, aber ich glaube, diese Kumpeligkeit, die schätze ich auch. Und schätze ich auch bei meinen Bremer Freunden. Und das gucke ich mir so ein bisschen ab. Deswegen, also der Florian, der wird da wahrscheinlich dann demnächst auch aufschlagen. Dann ist es ganz gut. Dann macht der Adi, macht er dann bei uns die Sache. Und da bin ich sehr froh, dass er weiterhin Trainer ist. Aber wir müssen natürlich auch über die andere Personalie sprechen. Und klar ist, seit, ja, gestern Abend hat sich vieles angedeutet. Wir hatten schon davor mal darüber gesprochen, auch vor ein, zwei Wochen off, beziehungsweise in der Off-Show, kann man fast sagen, wo wir dann mal live noch ein bisschen drüber gesprochen haben. Die Sache ist klar, Bobic, und das hat er heute auch neulich bestätigt, bei Sportschau, bei Sportschau-Thema, eine Sendung. Er hat es jetzt zum ersten Mal bestätigt. Bislang war er ja eher so neutral, was die Aussagen gibt. Ja, aber offiziell meinte ich. Also, jetzt offiziell hat er es jetzt, es gab davor schon das eine oder andere Gespräch offenbar, aber jetzt ist es offiziell, dass er die Eintracht zum Sommer verlassen wird. Und das ist natürlich schon ein Knacker. Ja, also legen wir mal alle Fakten auf den Tisch. Er hat heute klar und deutlich gesagt, dass er die Eintracht im Sommer verlassen wird. Er hat auch in dem Gespräch gesagt, dass er ursprünglich schon zur Sommerpause 2020, also jetzt in der, zum Beginn dieser Saison vorhatte, den Verein zu verlassen. Und das auch wohl, so wie ich das verstanden habe, schon Anfang März 2020 angefangen hat, mit dem Vorstand oder mit dem Aufsichtsrat dort zu besprechen. Man hat ihn dann gebeten, das Jahr noch zu verlängern. Das hat er jetzt getan, aber immer mit der Bestrebung jetzt zu gehen. Und hat das jetzt, nachdem ja am Montag über, weiß ich nicht, irgendwelche Kanäle, Sky dann berichtet hat, dass das jetzt irgendwie spruchreif wäre, sich dann jetzt heute in der ARD-Sportschau-Themensendung whatever dazu geäußert. Die Eintracht hat dazu auch eine Pressemitteilung verfasst. Und die sind so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen widersprüchlich, aber die haben so unterschiedliche Tonalitäten. Bobic sagt, die wissen das seit über einem Jahr, ich spreche mit denen, das ist alles geklärt. Die Eintracht sagt, ja, wir sind noch in den Gesprächen, wir haben Spielschweigen vereinbart, keine Ahnung, welcher Hannes da jetzt wieder irgendwas durchgesteckt hat. Grüße nach Berlin. Und ja, das ist noch nicht abschließend geklärt, weil er hat ja noch einen laufenden Vertrag bis 23, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Stimmt, ja. Da sind wir auch dazu gefragt worden, ob wir das irgendwie mal ein bisschen einordnen können. Meiner Meinung nach muss die Eintracht das so sagen, weil natürlich, er hat einen gültigen Vertrag, der muss ja irgendwie aufgelöst werden und solange man sich da nicht über alle Modalitäten geeinigt hat, ist das noch nicht abschließend geklärt. Auch wenn er sagt, er möchte den Verein im Sommer verlassen aus, wie er ja auch gesagt hat, nicht aus sportlichen Gründen und auch nicht aus Gründen, weil er irgendwie mit irgendwem nicht kann, sondern aus persönlichen Gründen. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, dass diese persönliche Komponente nicht zu vernachlässigen ist, dass das einfach auch so ein großes Ding ist. Also von daher stehen jetzt beide Aussagen für mich nicht in Widerspruch. Es sind halt erstmal unterschiedliche Ziele dahinter. Aber jetzt würde mich mal interessieren... Die Eintracht will ablöse. Also ganz ehrlich, die Eintracht will ablöse. Das ist doch klar. Die Eintracht will ablöse und ihr hattet das ja heute in eurer Fußball 2000 Sondersendung auch besprochen. Es sind natürlich auch vielleicht schon Transfers irgendwie angebahnt, Kader für nächste Saison, wo man jetzt ja auch nicht will, dass da irgendwie so Leute dann so einen angedachten Transfer sich vielleicht wieder überlegen, weil halt irgendeine Personalie geht. Gut, ist jetzt klar, dass die geht, aber auch die Modalitäten will man da ja irgendwie erklärt haben. Aber jetzt erstmal die Frage an euch. Was macht diese Information denn jetzt mit euch? Wie geht es euch damit? Patricia? Ja, ich habe das ja vor ein paar Wochen schon versucht, da auszuweichen und habe gesagt, ich werde mich dann dazu äußern, wenn das konkreter wird. Jetzt sind wir an diesem Punkt. Dann äußere dich. Und ja, ich finde es natürlich sehr, sehr schade. Es ist sehr unbestritten, dass Bovic gute Arbeit geleistet hat, die Eintracht ihm auch viel zu verdanken hat. Der hat hier einiges verändert, einiges auch professionalisiert und es ist nicht so einfach, Ersatz zu finden. Andererseits ist es auf seiner Sicht vermutlich auch verständlich, wenn es wirklich private Dinge sind, dann wird es ja wahrscheinlich darum gehen, dass er einfach zu seiner Familie möchte, näher bei der Familie wohnen möchte. Das kann man ihm auch nicht verdenken. Was mich an der ganzen Sache enorm stört, ist halt diese Kommunikation und dass das jetzt schon wieder so einen Beigeschmack hat, dass das jetzt schon wieder so ein großes Drama ist, was es halt eigentlich nicht sein müsste, weil es wäre halt eigentlich easy zu klären. Verein A einigt sich mit Verein B über Personalie C und alle sind irgendwie einigermaßen zufrieden. Klar, die Eintracht muss Ersatz suchen. Das hat sie auch gewusst. Ich glaube, es war klar, dass Bovic an irgendeinem Punkt den Verein verlassen wird. Da wird man sich auch umgeschaut haben, vermutlich schon nach Alternativen. Ich finde aber, dass es halt maximal unglücklich ist, jetzt wie das alles kommuniziert ist und dass da halt natürlich wieder irgendwas durchsickern musste und dass Sky als erstes mit dieser Info in die Öffentlichkeit gegangen ist, über die ja wohl noch Stillschweigen vereinbart war. Und das ärgert mich halt tatsächlich sehr, weil das irgendwie so eine Unruhe gerade ist, die man nicht braucht und es auch irgendwie insgesamt ein bisschen ärgerlich ist. Und das ist gerade die Gefühlslage. Dennis? Also ich muss sagen, ich bin froh, dass es jetzt eigentlich raus ist, weil dieses Gemauschel im Hintergrund ständig und man hat es ja doch, es hat sich ja doch immer mal wieder angekündigt oder zumindest hieß es, da sind so ein paar, na, ich nenne es jetzt mal Strohfeuer, die schon ja sozusagen in eine geredeste Richtung gehen und wie ihr schon gesagt habt, wir haben ja schon vor ein paar Wochen eigentlich darüber gesprochen, dass da Gerüchte sind. Das finde ich, bringt mehr Unruhe rein, als jetzt der klare Cut zu sagen, okay, ganz klar, Bobic geht, Bobic wollte schon vor einem halben Jahr weg oder dreiviertel Jahr weg, das finde ich krass, dass das so ist oder dass es auch noch mal so, ich weiß gar nicht, woher genau jetzt die Info dann kam, dass es so ist, hat das Bobic selbst gesagt? Das hat er selbst gesagt in der Sportfrau-Sendung. Okay, also finde ich auf jeden Fall krass, aber gut, dann wird jetzt mal klar und deutlich kommuniziert, das finde ich sehr gut, ich finde es schön, dass eigentlich jetzt so gesagt wird, okay, wir haben jetzt diese Corona-Phase, das hat es jetzt nochmal, dadurch bin ich da geblieben, ich wollte eigentlich jetzt vor der Saison schon weg, jetzt vielleicht beteiligt er sich auch an der Suche nach dem neuen Ersatz für ihn, keine Ahnung, inwieweit dann wirklich ins Bücher oder wer da heute ja alles so ins Gespräch kam, dann wirklich auf dem Zettel steht oder da zur Verfügung bei uns dann wirklich zum Tragen kommt. Trotzdem finde ich einfach gut, dass jetzt Klarheit da ist, dass Bobic ist weg, wie das dann alles gelaufen ist und das und wie auch immer, das ist alles Mist. Marvin hat schon gesagt, ich denke auch, dass das prinzipiell jetzt einfach nochmal darum geht, eine ordentliche Ablösesumme für ihn auch zu erhalten, denn er hat Vertrag bis 23, dann wären sie ja eigentlich dumm, wenn sie nicht sagen würden, wenn er wirklich in Berlin anfangen soll, sollen mindestens die kolportierten fünf Millionen auf den Tisch. Ja, muss man jetzt einfach gucken, aber jetzt kann man zumindest mit was arbeiten und nicht dieses ständige Unruhe im Hintergrund und ich denke auch für die Spieler, klar ist es einerseits, René, du hast es glaube ich gerade gesagt, für manche Spieler vielleicht so, ich hätte gerne, dass Bobic da weiter im Verein ist, trotzdem, glaube ich, ist der Trainer viel wichtiger für die Spieler, die wollen wissen, spiele ich unter Hütter, Hütter bleibt, das ist dann in der Hinsicht für mich die wichtigere Aussage als Bobic, der zwar auch Kontakt natürlich zu den Spielern hat, aber ich glaube, für die wirklich, für das Auflaufen, für das Klima in der Mannschaft und so weiter, ist glaube ich dann wirklich die Trainerposition da etwas wichtiger. Deshalb, ich bin jetzt zufrieden, dass es raus ist endlich, dass es so ist, gefällt mir auch nicht, aber damit müssen wir leben und Schluss mit den Gerüchten jetzt erstmal. Naja, die fangen jetzt gerade wieder an, wenn es um die Nachfolgeregelung geht. Das stimmt. Das ist klar, es ist natürlich jetzt schon mal eine ganz gute Sache, mir geht es halt jetzt darum, also erstmal, ich finde es so krass, ehrlich gesagt, finde ich alles sehr, sehr krass gerade, weil wir im Zweitagestakt hier irgendwelche Personalien behandeln. Also erstmal war die Benmanga-Sache, okay, wir konnten uns darauf vorbereiten, das Hütte, beziehungsweise das Hübne, den Verein am Saisonende verlässt, das hatten wir ja auch schon öfter mal gehört und dann war die Sache klar. Jetzt das Benmanga-Hochrutsch, was ich irgendwie spannend fand, weil eigentlich ursprünglich, und das ist auch offenbar eine Fehleinschätzung gewesen, hatte ich eigentlich gedacht, okay, wenn Benmanga diese Position bekommt, dann spricht es für mich so ein bisschen eher dafür, dass vielleicht mit ganz viel Optimismus vielleicht auch Bobic irgendwie doch bleibt. Gut, das ist jetzt nicht so gekommen, dann hatten wir jetzt die Hüttersache, was auch eine klare Ansage erstmal ist, wir werden abwarten, und ob das über die Saison hinaus Bestand hat, wir wissen es nie, es ist immer noch Fußball, es ist immer noch das absurdeste Geschäft. Ich habe jetzt gerade auf der Fahrt, habe ich jetzt elf Freunde, elf Freunde sage ich schon, elf Leben gehört, ja, und wenn ich mir da anschaue, wie unfassbar absurd der Fußball damals schon war, übrigens erinnern mich, die Kleinkriege zwischen Werder und der Eintracht aktuell, ein bisschen daran, an das, was Lemke und Uli Hoeneß damals hatten, ja, vielleicht fehlt Werder das gerade so ein bisschen, dass die aktuell keinen natürlichen Feind mehr haben mit HSV, der da irgendwie abgestiegen ist und jetzt wissen sie nicht mehr, was sie tun sollen, vielleicht sind wir jetzt das neue Bayern München von mir aus, aber wieder zum Thema zurückzukommen, es ist so komplett absurd, was wir hier gerade behandeln und eigentlich könnten wir zwei Stunden nur über Bobic sprechen, weil, wir müssen auch mal festhalten, was der in Frankfurt aufgebaut hat, natürlich nicht alleine, aber mit aufgebaut hat, welche Veränderungen er angestoßen hat, auch teilweise unpopuläre Entscheidungen, erinnern wir uns an die Situation mit Möller, es kam nicht überall gut an, aber er hat Dinge weiterhin professionalisiert, hat das Umfeld auch gehabt und das Vertrauen von Hellmann gehabt und im Endeffekt haben sehr, sehr viele Dinge auch in sportlicher Hinsicht gute Leute geholt, ja, auf das richtige Telefonbuch gesetzt, das hat uns alles weitergebracht und wenn wir jetzt auch überlegen, dass er, wenn er sagt, dass er selbst im letzten Jahr, im letzten Sommer schon weg wollte, wenn ich mir angucke, was er in dem Dreivierteljahr bis zu bekannt gab, mit dieser Aussage, dass er halt jetzt den Verein verlässt, auch noch alles Gutes gemacht hat für den Verein, finde ich jetzt gar nicht so verkehrt, ja, dass es halt zu einem Ende kommt, war irgendwann klar, die, wie sagt man, die Vögel pfiffen es von den Dächern, will ich meinen, aber im Endeffekt, für mich ist es gerade wichtig, dass wir schnellstmöglich eine sinnvolle Nachfolgeregelung haben, die im Endeffekt auch daran anknüpft, dass wir jemanden haben, der vielleicht optimalerweise auch von Fredo Bobic angeleitet und eingeführt werden könnte. ja, ich finde, was Marvin gesagt hat, ich finde, man muss es ein bisschen trennen, diese, da können wir fast tatsächlich mal eine eigene Folge darüber machen, wenn Fredo Bobic wirklich geht, zu sagen, okay, man blickt auf die Zeit zurück, was er alles bewegt hat und so weiter und so weiter, weil das muss ich aktuell ausblenden, weil für mich ist viel wichtiger, als was Dennis gesagt hat gerade, also die Aktualität überschattet leider diesen Gesamtblick auf Bobic Zeit, weil es jetzt noch zu frisch ist, finde ich, ich glaube, das wird später kommen, das kam bei Kovac auch später so, also ich glaube, was aktuell jetzt ist, ist, dass man hofft, dass es reibungslos abläuft und die Hoffnung schwindet bei mir so ein bisschen, weil diese Kommunikation, die Bobic da gewählt hat, ist safe nicht die, die Eintracht sonst immer wählt. Erinnert euch, dass die Eintracht bei jeder kleinen Furzmeldung die Deutungshoheit behalten will und das über ihre Kanäle spielt und plötzlich wird das aufgeweicht und wo taucht Bobic auf? In der Sportschau. ARD Medium, ungewöhnlich. Ja, und wo taucht es als erstes auf? Klar, Berlin liegt das da, weil die auch mal ein paar positive Meldungen haben wollen, irgendwann alles gut. Und da, und dann kommt es in der Sportschau, das ist, da haben die schon tatsächlich dann mit diesem Verhaltensmuster gebrochen und dann kommt diese Erklärung von Holzer, der sagt ja eigentlich sind es noch offene Gespräche und offensichtlich will Bobic die Eintracht ein bisschen unter Druck setzen, damit da Bewegung in die Sache kommt, was prinzipiell ja trotzdem nicht schlecht ist, weil am Ende wird das jetzt Taktiererei sein, so die Eintracht, es ist ja, im Endeffekt wirkt das genau wie ein Spielertransfer. So, ja, ich will wechseln, der Verein sagt, ja, das Spiel hat noch Vertrag, bla 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 bla, am Ende ist dieses ganze Getur ein Feilschen um die Ablösung und um die Modalitäten. Was ich mich jetzt frage, ist, was macht man jetzt? Also, was macht man jetzt? Behält man ihn bis zum Ende, was ja eigentlich aufgrund der Verdienste, die er hat, eigentlich ehrenhaft wäre? Aber was genau will er dann eigentlich hier noch machen? Also, seine Arbeit ist ja eigentlich jetzt beendet und alles, was jetzt noch kommt, ist für die Zukunft, so mit Spielern sprechen und so weiter und so weiter. Also, ich finde es eine sehr, sehr schwierige Situation und ich hätte mir gewünscht, dass man das irgendwie während der EM alles macht und dass man das bis zum Saisonende irgendwie unter Verschluss hält und im Hintergrund die Nachfolge regelt, weil jetzt ist die Eintracht auch öffentlich unter Druck. Vielleicht ist die Eintracht ja auch schon dabei, Sachen zu machen, aber die dauern jetzt halt und jetzt hast du in der Öffentlichkeit diesen Druck, dass irgendwas gesagt werden muss, dass spekuliert wird, wir reden drüber, die Medien reden drüber und das ist halt ein Thema und stellt euch vor, dann hast du gegen Stuttgart Pech und plötzlich werden Leute denken, dass das damit zu tun hat. Das ist so, das muss nicht mal was damit zu tun haben. Vielleicht hat die Eintracht einfach Spielpech gegen Stuttgart, aber du hast jetzt und ich hab's vorhin gesagt, das ist für mich das Thema, was mir ein bisschen mehr Angst macht, dass das jetzt Unruhe reinbringen könnte, zumindest für ein paar Wochen und selbst wenn es uns nur zwei bis drei Punkte kostet, ist es schon ärgerlich und ich hoffe sehr, dass man einen Modus anwerfen kann, wo man sagt, okay, im Sommer hat man einen Blick drauf, dass man Bobic dankbar ist und jetzt ehrlich gesagt ignoriert man ihn einfach. Also jetzt muss die Eintracht sagen, die Eintracht, die Eintracht ist sehr wichtiger als Fredi Bobic. Das heißt, die Eintracht muss jetzt die Ruhe bewahren, die Nachfolge regeln, das so ruhig wie möglich kommunizieren und dann den Fokus auf diese Saison und auf diese schwierige Corona-Situation richten. Also mein Take wäre jetzt tatsächlich Ruhe bewahren, Spicher und Fernandes verpflichten und die Härte bei der Ablöse bluten lassen. Das sind die drei Punkte, die ich jetzt auf der Agenda habe. Alle Emotionalitäten, die ich gegenüber Bobic habe, positiv wie negativ, die kann man dann in Ruhe, wenn er weg ist, besprechen und dann wird man, glaube ich, ähnlich wie bei Kovac einen positiven Blick auf ihn haben irgendwann. Aber aktuell habe ich dafür keine Zeit. Aktuell ist es eher so bei mir, dass ich denke, ich hoffe, der Eintracht kriegt schnell die Nachfolgeregelung, dass derjenige, der jetzt kommt, auch das schnell sich in, ja nicht einarbeiten, will ich nicht sagen, aber sich darauf vorbereiten kann, um zu sagen, man leitet gewisse Dinge ein, dass der Sommer glatt läuft und dass du im Sommer eben nicht irgendwie zwei Wochen Vakuum hast, sage ich mal, wo du dann... Du solltest überhaupt gar nicht in den Sommer gehen. Du solltest damit überhaupt nicht in den Sommer gehen. Oder jetzt einfach sagen, nächste Woche sagen Spiecher und Fernandes kommen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Sache ist halt, du hast vollkommen recht, dass da jetzt Ruhe reinkommt, ist jetzt auch schon klar. Wir merken die irritierten Aussagen von Holzer. Auch Stolbing hat sich jetzt, wie ich jetzt gerade gesehen habe, hat auch gemeint, dass er jetzt vor ein paar Wochen schon mal was in diese Richtung erfahren hat, aber irgendwie, wir haben es ja eben gesagt, das Statement war, es ist überhaupt noch gar nicht klar. Und das ist ja auch das, was die Eintracht jetzt verlautbaren hat. Es bringt uns gar nichts, bringt uns jetzt leider auch gar nichts, genau das weiterzutragen. Ich brauche kein zweites und drittes Statement, wo das drinsteht. Wir wissen doch nicht, wie es weitergeht, sondern Fakt ist, die müssen jetzt einen Weg zueinander finden. Bobic hat ja selber auch geschrieben, beziehungsweise nicht geschrieben, sondern gesagt, dass es jetzt auch relativ viele Indiskretionen gab und dass er auch weiß, dass es nicht optimal gelaufen ist. Also das hat er ja auch in diesem Interview jetzt gesagt. Er weiß, dass der Vorgang nicht optimal war, aber was gut ist, alle Karten liegen jetzt auf dem Tisch. Ja, jetzt muss man aber schnellstmöglich eine Lösung finden, denn du hast auch gesagt, der sportliche Betrieb läuft. Wir sind nicht Tabellen-Elfter, sondern wir sind aktuell Tabellen-Vierter und haben Chancen, einen historischen Erfolg mit der Eintracht noch zu landen, sind da sportlich in einer sehr guten Situation. Diese gilt es jetzt auch nicht zu verspielen. Und ich hoffe, und vielleicht hat Patricia auch die eine oder andere Idee, dass wir das schnellstmöglich jetzt hinbekommen, weil es ist natürlich an der Zeit, gar nicht zu lange zu warten, weil bis Sommer will ich definitiv nicht warten. Ich habe wirklich die Hoffnung, dass es noch einen Übergang geben kann. Ja, im Zweifel bekommt er die letzten drei Wochen halt trotzdem frei, aber dass es halt schon einen Nachfolger gibt, der sich schon mal einarbeiten und auch die Kaderplanung, die äußerst diffizile Kaderplanung für den kommenden Sommer machen kann, in Zeiten von Corona. Das ist es, ja. Patricia, hast du die Idee? Ich muss dir auch sagen, Marvin, du hast, ganz, ganz kurz nur zu dem Take von dir, Marvin, gerade, nämlich die Problematik ist ja, ich glaube, Basti hat das auch schon angesprochen, Bobic arbeitet ja eigentlich ab jetzt schon für seinen neuen Arbeitgeber. Wenn er weiß eigentlich, oh, im nächsten Jahr gehe ich nach Berlin, da will er natürlich gute Spieler, die er im Moment auf der Liste hat, macht es für ihn keinen Sinn mehr, die jetzt nach Frankfurt zu holen. Es ist einfach im Endeffekt so, dass du ja sagen musst, eigentlich im Hinterkopf, er weiß ja schon, ich bin eigentlich so gut wie weg, ich kann, das wäre nicht rational, das wäre definitiv auch von seiner Seite aus komisch, wenn er jetzt sagen würde, ich bemühe jetzt nochmal und mache alle Arbeiten, damit im Sommer hier nach Frankfurt jetzt hier die Hochkaräter nochmal kommen, für wenig Geld, gute Laien und so weiter. Das wird dann schon für das Berlin-Geschäft anvisiert und gemacht, aber sicherlich nicht mehr für die Eintracht. Und da musst du aufpassen, dass du hier natürlich die Situation nicht hast, dass wir dann im Sommer tatsächlich da stehen und sagen, okay, jetzt machen wir, wie es vielleicht vor 20 Jahren war, machen wir mal das Telefonbuch auf und klingeln mal ein bisschen durch und gucken mal, wer jetzt noch verfügbar ist. Wir alle kennen das Geschäft, wie lange im Voraus diese ganzen Transfers vorbereitet werden, wie lang und schwierig auch da teilweise die Verhandlungen sind. Da macht es mir auch ein bisschen Angst, das stimmt, aber deshalb habe ich mich eigentlich gefreut, dass die Entscheidung jetzt raus ist, weil jetzt kannst du reagieren, jetzt kannst du sagen, hol schnell den Nachfolger oder stimme es mit dem, brauchst du auch nicht unbedingt direkt einen Nachfolger, vielleicht hast du es intern, kannst es vielleicht auch gut schon lösen, nur kümmere dich darum, dass jetzt die Kaderplanung wirklich für das nächste Jahr dann auch so steht und du da nicht sinnlos Zeit hast. Da hätte ich noch eine Frage dazu. Wer hat denn dann jetzt den Hut auf? Weil ich habe das Gefühl, da ist jetzt ein Vakuum. Wer ist denn jetzt derjenige, der die sportliche Entscheidung trifft? Und ich hätte noch eine Frage. Ja, aber lass doch mal diese Frage erstmal beantworten, weil das finde ich extrem wichtig. Du hast mit Hübner jemanden, der weg ist, weil der macht auch nichts mehr, der macht safe nichts mehr jetzt, warum sollte der jetzt was machen? Im Endeffekt liegt es jetzt bei Holzer und es liegt bei Hellmann. Ja, die im erster Linie nicht viel mit Sport zu tun haben, das ist schon eine gefährliche Situation. Richtig, die müssen jetzt schnellstmöglich jemanden bestimmen, von dem sie denken, dass er die Kompetenz hat. Der Sport aber auch eigentlich anfängt, also theoretisch gesehen, Marvin, muss derjenige sofort anfangen zu arbeiten. Auf jeden Fall, du hast vollkommen recht. Theoretisch gesehen hätte diese Person, auch ohne dass jetzt öffentlich gemacht wurde, dass Bobic geht, das tun müssen, weil selbst auch dann, wenn das nicht in der Presse steht und wenn er das nicht in der Sportschau gesagt hätte und das ist bei jedem anderen Manager genauso, haben die immer dieses Thema im Kopf, warum sollte ich den Spieler jetzt noch für diesen Verein holen, wenn ich in drei Monaten woanders da arbeite? Das Problem hast du immer. Egal, das ist kein Unterschied, ob wir das jetzt wissen oder nicht, da müssten jetzt so oder so schon seit einem halben Jahr gefühlt andere Leute im Hintergrund das machen. Ja, kommt so ein bisschen drauf an, ob der Manager, den wir jetzt holen, davor in der Schweiz tätig war, weil das Spielerprofil, was in der Schweiz vielleicht verfügbar und notwendig ist, ist ein anderes als in der Bundesliga. Deswegen gibt es da vielleicht schon noch die ein oder andere Möglichkeit. Ich meine jetzt nicht den Nachfolger, aber als Fußballverein, wenn du weißt, ohne dass du es öffentlich gemacht hast, dein Sportvorstand wechselt in sechs Monaten sonst wohin, dann musst du ihm eigentlich sagen, alles klar, du bist jetzt noch der Grüß, August, aber du machst jetzt nichts mehr, weil der immer diese Überlegung hat, macht es jetzt noch Sinn, diesen Spieler für den Verein zu holen, wo ich jetzt tätig bin oder nicht? Also diese Überlegung müssten sie sich so oder so schon gemacht haben. Egal, ob das jetzt in der Presse steht oder nicht. Genau, aber die Frage, wer das jetzt regelt, ist natürlich auch eine schwierige Frage. Ich weiß es, also keine Ahnung, wo ist jetzt, ja, das ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich gehe weiterhin davon aus, dass Holzer und Hellmann diejenigen sind und vielleicht hat der, Peter Fischer noch mal einen im Köcher oder so, ja, keine Ahnung. Manga und Hütter, die sollten zumindest die Spielerprofile festlegen und die anderen müssten halt gucken, ob sie die Kontakte irgendwie herstellen. Genau, also das ist eine gefährliche Situation. Ist es. Also es ist tatsächlich eine, weil du, weil dir geht viel verloren. In dem Moment, wo du nicht genau weißt, wer hat den Hut hier auf und im Endeffekt offiziell hat keiner den Hut auf, immer noch Bobic eigentlich, also offiziell, aber wie ihr es gesagt habt, auch nur offiziell. Und du musst da, wenn die Eintracht das auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht, die Eintracht meinte ja auch, sie wusste das schon vor drei Wochen, aber hat jetzt gedacht, das kann passieren. Trotzdem muss die Eintracht ein Szenario im Kopf haben und das muss jetzt halt greifen und dann musst du eigentlich, hoffentlich, mit demjenigen, der eventuell folgen könnte, eigentlich musst du mit dem inoffiziell schon klar sein. Vielleicht darfst du es auch nicht kommunizieren, weil du in dem Verein, wo er arbeitet, auch keine Unruhe reinbringen willst und hoffst, dass das nicht rauskommt, dass derjenige da auch einen sauberen Abgang hat, aber eigentlich muss derjenige schon diese Telefonate, die du angesprochen hast, René, die muss der eigentlich schon geführt haben und der muss eigentlich auch schon mit Hütter gesprochen haben, weil Hütter gesagt hat, er bleibt. Also das ist ja wichtig, dass du jetzt quasi der neue Sportvorstand und Hütter, dass die auf einer Linie sind und wenn Hütter sich zu Sky90 setzt und sagt, ich bleibe safe und wenn Ben Munger sagt, ich kommitte mich der Eintracht und ich kriege hier einen neuen Posten, wenn es Gerüchte um Fernandes gibt, dann kann es für mich eigentlich nur Christophs Bücher sein, der jetzt kommt und das aber auch schon eine Zeit lang weiß. Ich würde sogar noch eins draufsetzen und würde sagen, vielleicht ist tatsächlich, dass diese Aussage von Hütter am Sonntag kam, ich bleibe das Indiz dafür, dass die Nachfolge von Bobic schon viel klarer ist tatsächlich, dass das der Auslöser war, dass Hütter diese Aussage getroffen hat und das aber auch der Auslöser war, weil das hintendran schon klar ist, dass Bobic jetzt diese Aussage in der Sportschau getätigt hat, um da Druck auf den Kessel zu bringen, um das alles sauber über die Bühne zu kriegen und hier mit klaren Verhältnissen da zu sitzen. Nur mal ganz kurz, kann ich mal ganz kurz einhaken, zwei Sachen in der Betrachtung sehr spannend. Wir haben gestern Abend mitbekommen, dass das lanciert wurde, Basti hat es ja angesprochen, via Sky ist das dann von Hertha-Seite aus mehr oder weniger kommuniziert worden. Was aber auch interessant ist, ich weiß gar nicht, was der Herr, was Bobic noch heute bei der Sportschau gemacht hat, weil Fakt ist auch, der Termin stand ja auch gestern schon klar. Also der Termin, dass er in der Sportschau ist, der war gestern schon klar, dass das heute, dass heute ein Interview mit Bobic möglich beziehungsweise durchgeführt wird. Also vielleicht sind da einfach noch mehr Dinger jetzt am Laufen gewesen, die jetzt das eine Rädchen in das andere ganz gut gebracht hat, sodass halt natürlich dieser Sturm jetzt so ein bisschen am eskalieren ist. Man kann das ja noch eindeckeln, je nachdem, wie schneller die Nachfolgeregelung ist, aber ich finde es auch interessant zu sehen, wie die Medienrädchen so ineinander greifen. Ja gut, jeder in dem Zirkus weiß, wie das funktioniert. Ja, aber in dem Fall ist es wirklich interessant, was Marvin sagt. Also es kann natürlich auch sein, es gibt hier sehr viele verschiedene Szenarien, wir wissen es nicht. Es kann auch sein, dass Bobic wollte, dass es rauskommt. Die Überlegung ist auch da, dass er das vorher haben wollte, damit man ihn in der Sendung drauf anspricht, weil er natürlich nicht von sich aus sagen kann, das ist die Situation, wenn er natürlich danach gefragt wird, ist es natürlich eine andere Frage. Ist auch eine Theorie. Druck auf die Nummer kriegen will, kann sein, dass ihm das nicht gepasst hat, weil das besser kommuniziert werden sollte, wie das geplant war, wie Holzer das geschrieben hat, das wissen wir nicht. Und im Endeffekt ist es auch, im Nachhinein ist es egal, wir können es eh nicht ändern. Das ist korrekt. Wir können es nicht ändern, wir können nur die Hoffnung äußern, dass die Eintracht vorbereitet ist, dass jetzt kein, wie gesagt, dass jetzt kein Vakuum entsteht, dass jetzt nicht irgendwie unnötig viel Energie mit so einem Kampf aufgewendet wird, wo es eh egal ist. Was soll jetzt die Eintracht-Kampf aufwenden und irgendwie enttäuscht sein? Klar kann man enttäuscht sein, aber du musst ja jetzt trotzdem so schnell wie möglich wieder dich sammeln und gucken, okay, wie kriegen wir das geregelt und ich hoffe, dass das passiert ist. Und die Lösung, die ich gesagt habe, ist für mich, wäre für mich tatsächlich die logischste. Da muss man über das Bücher auch nochmal einzeln reden und sich Gedanken machen, aber aktuell, aufgrund der Aktualität und aufgrund der Aufgaben, die der Eintracht bevorstehen, muss da Ruhe reinkommen und deswegen, was Marvin gesagt hat, bevor wir über Bursch geredet haben, kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen, zu sagen, dass wenigstens Hütter ganz klar gesagt hat, ich bleibe bei, stellt euch nur vor, die Diskussion hätten wir jetzt auch noch. Ja. Das heißt, kein Sportvorstand, kein Trainer und dann steht irgendjemand da und keiner weiß, was überhaupt los ist und gerade, was Spieler betrifft, ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, okay, der Trainer ist zumindest nächste Saison noch da, das ist für mich als Spieler im Tagesgeschäft auch noch wichtiger und wer dann der Sportvorstand ist, mit dem ich dann irgendwann meine Vertragsfangenung mache, da werde ich Geduld haben. Deswegen ist wahrscheinlich die Hütterpersonale aktuell echt ein Segen, zu wissen, okay, der ist nächste Saison auch noch da, das wissen dann die Spieler und bleiben und das, ich hoffe es einfach, ich hoffe einfach, dass schon klar ist, dass Spiecher kommt und dass der das weiß und dass der zu Hause auch schon Vorbereitungen trifft. Das ist im Endeffekt dieselbe Situation. Der sitzt in Bern und die Bern-Fans sagen, ja, was wollen wir mit dem, der plant doch eh schon für die Eintracht und wir sitzen hier und denken, was wollen wir mit Bobic, der plant doch eh schon für die Hertha. Ich sage ja, das Problem hast du eigentlich immer, wenn du so einen Wechsel irgendwie hast. Ja, ja, du hast recht, ihr habt recht, aber trotzdem ist es so, wenn Spiecher kann tatsächlich diese Arbeit noch in der Schweiz unproblematischer machen, weil das Anforderungsprofil für Spieler ist ja tatsächlich noch ein bisschen was anderes, der müsste halt jetzt gerade eine Doppelarbeit leisten. nicht nur Anforderungsprofil, sondern du hast ja auch so dieses Thema unterschiedliche Ligen. Also du hast ja eine ganz andere Konfliktsituation, wenn du jetzt sagst, okay, der Verein in der Liga, wo ich jetzt bin und der andere Verein ist aber auch in der gleichen Liga, ist halt auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Genau. Patricia, wäre das dann auch deine favorisierte Lösung oder hast du so andere Optionen im Kopf? Nee, natürlich, also es wäre jetzt halt einfach optimal, wenn da jemand die, ja, die Verantwortung übernimmt, weil so genau hatte ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, aber jetzt, je mehr ihr das ausgeführt habt, desto mehr Angst habe ich, dass das für den Sommer halt problematisch wird, weil klar, es wird gesagt, Bobic erfüllt seinen Vertrag insofern bis zum Sommer noch und geht dann, aber klar, die Planungen laufen jetzt und es wäre dann wünschenswert, dass auch jetzt jemand die Planungen bei uns schon wieder übernimmt. Andererseits, ich hatte halt jetzt auch sehr oft gelesen, heute nicht mehr so viel, aber gestern Abend, als die Gerüchte so ein bisschen aufkamen, beziehungsweise es konkreter wurde, hatte ich gelesen, ah ja, was macht man jetzt ohne Bobic und das wird so schwer für die Eintracht. Das stimmt, ich finde aber auch, was mir ein bisschen zu kurz kommt, ist die Arbeit der anderen Beteiligten, dass die nicht wirklich gewürdigt wird in dem Sinne, weil wir dürfen nicht vergessen, Bobic hat das alles auch nicht alleine gemacht, er hat einen sehr, sehr großen Anteil daran, klar, aber die Eintracht hat auch sehr, sehr viele andere fähige Menschen in ihren Reihen, von denen auch einige jetzt halt ihren Verbleib bestätigt haben, Ben Manga, auch Hellmann wird erhalten bleiben, Hütter bleibt, das ist alles, also da ist ein Gerüst da. Genau, genau, du hast ein Gerüst von Menschen, die im Hintergrund vielleicht sogar gearbeitet haben, von denen wir bisher nicht so viel mitbekommen haben, die aber auch hervorragende Arbeit geleistet haben und der Verein wird jetzt nicht untergehen, weil Bobic sich entschlossen hat zu gehen. Das Einzige, wo ich mir halt jetzt wirklich ein bisschen Sorgen mache. das ist aber auch nicht der Punkt, dass wir alle froh sind, dass die Eintracht ein stabiles Gerüst hat, was Bobic mit aufgebaut hat und dass wir nicht einbrechen, ist klar, ich glaube, das Problem ist, von den Leuten, die du genannt hast, ist trotzdem keiner in charge. Das heißt, wenn Bobic jetzt nicht, es geht ja um formalen, es geht um diesen formalen Akt, wer hat jetzt den Hut auf? Ja, ja, genau. Ich glaube nicht, dass Zilihovski oder Ben Manga oder Hütter Verträge unterschreiben dürfen. Ich glaube nicht, dass Ben Manga umhin fallen kann und sagen kann, ich hab dich. Dass das mir Sorgen macht, dass das jetzt das ist, was mir akut Sorgen macht, was ihr auch gut rausgestellt habt. Ich meinte nur, was ich gestern so zum Teil gelesen habe an Weltuntergangsszenarien. Das war mir ein bisschen zu weit gegriffen. Also klar, den Sommer sehe ich jetzt auch so ein bisschen in Gefahr, beziehungsweise jetzt die nächsten Wochen, weil halt einfach niemand verantwortlich ist, beziehungsweise vielleicht ist jemand verantwortlich, wir wissen halt nur nicht wer. Ich glaube, wir müssen das auch so ein bisschen unterscheiden zwischen einmal diese Formalie des Vertrags, das ist am Ende belanglos, weil da geht es nur um Zahlen und wer in die Kamera lächelt. Der andere Teil ist ja eher so diese Kontaktanbahnung und dieses Vermitteln von guck mal, wir haben hier ein geiles Projekt und es würde total Sinn machen, wenn du hier hinkommst, weil irgendwie Entwicklung. Den Teil kann Bobic jetzt nicht mehr machen. Da sehe ich aber durchaus Leute, die das tun könnten. Wer denn aber? Der muss halt den Hütter selbst telefonieren. Ja Leute, ne. Der Hütter soll dafür sorgen, dass der andere in die Champions League kommt. Ja. So, selbst telefonieren, wir sind ja jetzt hier nicht mehr in der Bruchhagenzeit. So, und das ist genau der Punkt und im Endeffekt, und ja genau, aber da will ich nämlich ganz kurz mal anhaken, weil das wird er nicht tun und das ist ein Profiverein und die sind so strukturiert, dass das genau nicht mehr passiert. Wir können einigermaßen froh sein und das ist der Stand jetzt, den ich jetzt nochmal klarziehen will, dass wir ja einige Spieler tatsächlich auch schon verpflichtet haben für die nächste Saison und wir sehen, dass die die Ali-Akman-Sache ja jetzt auch so weit gegangen ist, dass der Spieler jetzt schon früher zu uns kommt, der Vertrag wurde aufgelöst, damit wir ihn jetzt schon früher in unseren Fittichen haben und dementsprechend ja zumindest schon mittrainieren kann, was eine ganz gute Angelegenheit ist. Also da wurde ja jetzt zum Glück ja schon vorgebraucht für die nächste Saison, aber es ist klar, diese sportliche Sache kann jetzt nicht Hütter machen, gerade in dieser angespannten Zeit, weil es ist ja nicht nur so, dass du jetzt ein Checkbuch öffnest und sagst, okay, wie viel kostet der Spieler? Es kommen sehr, sehr viele Varianten jetzt dazu. Wie viel Geld habe ich jetzt mit Corona zur Verfügung, wenn jetzt bis zum Saisonende der und der Spieler nicht kann? Das ist eine extrem diffizile Angelegenheit. Das kann Hütter aktuell nicht leisten. Wir brauchen deswegen so schnell wie möglich jemanden, der sich damit beschäftigen kann und auch Expertise mitbringt. Das heißt, eigentlich müssten wir relativ schnell diese Nachfolgeregelung... Das muss, ehrlich gesagt, muss das im März passieren. Ja. Das geht gar nicht anders. Weil ansonsten hast du wirklich, hängst, hast du so zwei, drei Monate Luft? Das ist wirklich gar nicht so einfach, glaube ich. Also das ist, umso länger wir drüber sprechen, umso mehr Angst habe ich davor, weil die Situation ist genau die, du, diese, so eine neue Saison zu planen, gerade mit dieser unklaren Corona-Finanzsituation. Da hast du einen Finanzvorstand, du hast einen Marketingvorstand und du hast einen Sportvorstand. Und theoretisch haben wir jetzt keinen Sportvorstand mehr. Theoretisch. Also eigentlich oder praktisch. Theoretisch schon, aber praktisch nicht. So. Und wer ist jetzt derjenige, der in diese Vorstandssitzung mit dem Konzept für die neue Saison sportlich kommt? Da ist keiner. Und das ist wirklich nicht so einfach, weil gerade diese Monate jetzt sind, die Marvin hat es gesagt, wir haben sogar schon zwei Spieler verpflichtet. Und Vertragsverlängerung, was passiert mit Jovic und so weiter und so weiter. Das sind alles Dinge, die jetzt jemand klären muss. Und ich hoffe sehr, dass die Eintracht da eine Lösung findet. Und die ist nicht so einfach. Also die ist wirklich nicht so einfach. Gerade weil man das Gefühl hat, die Eintracht muss ja natürlich auch erstmal die Sache klären mit Ablöse und bla bla bla. Aber eigentlich ist es so, dass du kurz schockiert sein musst und direkt munter putzen und weiter, um eben diese Situation, diese Unsicherheit so kurz wie möglich zu halten. Du musst eigentlich so schnell wie möglich eine Lösung finden. Am Ende geht es ja gar nicht anders. Weil du musst, keine Ahnung, es hört sich jetzt blöd an, wir haben jetzt einen 2. März, aber am Ende musst du das wirklich, was du gesagt hast, kurz abschütteln und wahrscheinlich nächste Woche eigentlich schon irgendwie wieder was auspacken, auch um die Kommunikation positiv zu halten. Weil, stell dir mal vor, du gerät jetzt negativ, Strudel, du würdest jetzt gegen, was heißt ich, Stuttgart nochmal verlieren. Und plötzlich kommt diese ganze schwachsinnige, roseähnliche Thematik auf. Das wollen wir doch gerade gar nicht. Das brauchen wir doch gar nicht. Deswegen so schnell wie möglich Sicherheit schaffen und sagen, das und das ist unsere Nachfolge, wir haben uns darauf verständigt. Vielleicht machen es auch 2 Leute. Ey, dann sollen es halt 2 Leute machen, und die sich ein bisschen aufteilen. Das ist auch gar kein Drama. Es fällt ja auf fruchtbaren Boden. Aber, dass du schnell, so schnell wie möglich dementsprechend was machst, ist ganz wichtig, um Ruhe reinzubekommen und um eine Handlungsfähigkeit in dieser schwierigen finanziellen Lage zu beweisen und dementsprechend auch ausüben zu können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und was ich hier so aus der Schweiz so ein bisschen gerade höre, schaue ich hier und da, habe ich jetzt mal heute nochmal ein bisschen in die Vorhine geschaut und gleichzeitig muss ich sagen, ich glaube, die Schweizer beziehungsweise die Young Boys aus Bern, die wissen schon, da ist durchaus ein bisschen was dran mit Spieche. Vielleicht könnte das wirklich eine heiße Nummer werden. Aber ich hoffe, dass die Eintracht so schnell wie möglich da Fakten schafft. Weil nur so entgehen wir auch möglichen Brandherden. Ja, der Druck ist jetzt halt da. Das ist ja das Problem, was ich auch meinte mit dieser Kommunikation, warum mich das auch so ärgert. Der Druck wäre so oder so da gewesen, Bobic wäre so oder so gegangen, nur hat jetzt halt die ganze Öffentlichkeit halt auch Teilhabe dran. Jeder macht sich Sorgen, die Fans, die Medien werden drüber berichten, die Medien werden auch nachfragen. Und das baut ja nochmal einen enormen Druck auf. Du kannst jetzt nicht in Ruhe im Hintergrund arbeiten und sagen, wenn die Zeit reif ist, werden wir es schon verkünden. Nee, jetzt warten halt alle drauf. Wer ist der Nachfolger? Wann habt ihr das geregelt? Wie geht es jetzt weiter? Und das sind halt so diese Baustellen, die du jetzt offen hast durch diese ganze Kommunikation, die ansonsten im Hintergrund abgelaufen wären und dann halt bei Zeiten verkündet worden wären. Wahrscheinlich, wenn sie geregelt gewesen wären. Und jetzt stehst du halt da und musst improvisieren beziehungsweise das Ganze auch nach außen hin gut kommunizieren und ruhig halten, damit jetzt nicht irgendwie eine Baustelle geöffnet wird, die eigentlich nicht hätte da sein sollen. Vor allem nicht in dieser Saisonphase jetzt. Hätte man aus Eintracht Sicht oder aus unserer Sicht, hätte die Eintracht da die Kommunikation anders da gestalten müssen, das was Holzer da heute als Pressemitteilung rausgegeben hat, hätte man das anders machen müssen? Ja, ich glaube, das ist jetzt so wie, also das ist halt, keine Ahnung, ob man es jetzt hätte anders machen müssen. Es ist jetzt halt so, wie es ist. Man kann auch nichts daran ändern. Es ist jetzt vielleicht auch einfach unnötig, weiter darüber zu diskutieren. Mich stört es halt einfach nur. Es ist halt, dass das irgendwo geleakt wurde, wo es nicht hätte geleakt werden sollen. Und wie jetzt die Eintracht damit umgeht, mag ich mir nicht anzumaßen. Ich wüsste selbst, glaube ich nicht, wie ich jetzt direkt, wenn du so vor vollendete Tatsachen gestellt wirst und die Medien jetzt wissen und Bobic jetzt noch ein Statement abgibt, wie du da, du musst zeitnah reagieren. Klar, du kannst dich nicht in Schweigen hüllen. Ob das jetzt hätte besser oder anders geregelt werden sollen, möchte ich jetzt gerade irgendwie nicht mir anmaßen zu entscheiden. Stimme ich zu, stimme ich zu. Ich finde es sowieso ganz interessant. Da war ein Tweet, der letzte Woche, oder gestern, glaube ich, die Runde gemacht hat. Ich suche ihn gerade mal, der für mich sowieso die Fußballzeit gerade ganz gut zusammenfasst, wenn ich mir anschaue, was woanders, keine Ahnung, wenn ich jetzt auf die Alm schaue, beispielsweise, die jetzt irgendwie einen Trainer entlassen, was von außen komplett unverständlich ist, warum macht das Alminia Bielefeld. Da hat der Jesper einen sehr, sehr guten Tweet rausgeschaut, hauen, lassen wir mal gucken, wo finde ich das denn jetzt, hoffentlich ist der noch verfügbar. Genau, gefühlt 90 Prozent der deutschen Fußballclubs sind dilettantisch geführte Vollkatastrophen und fast jede Erfolgsstory. Deshalb nur ein Beispiel, was möglich ist, wenn man fünf Meter gerade auslaufen kann, ohne sich dabei selbst in Brand zu stecken. Im Endeffekt passt das ganz gut und ich will mir das jetzt auch überhaupt nicht anmaßen, irgendwie was anderes zu sagen, wie die Eintracht das besser hätte machen können. Ich glaube, die Eintracht macht das im Rahmen ihrer Möglichkeiten ganz gut und wichtig ist nicht, was jetzt irgendwie heute jetzt rumkam, sondern wichtig ist, dass sie jetzt innerhalb der nächsten kurzen Zeit einen Nachfolger präsentieren oder vielleicht auch zwei. Ja, sagt aber, wir können ja mal eine Runde machen. Also wie gesagt, wir hatten das Thema Schweinsteiger, das wäre jetzt so ein Out-of-the-Box-Idee, aber ich glaube, schnell und gut wäre wirklich, wenn du das aufteilen würdest und du würdest Ben Manga hochrutschen lassen, mit Gelser und Fernandes würdest du noch jemanden dazu holen und Christophs Bücher ist der derjenige, der über den beiden arbeitet. Das heißt, du hast quasi so ein, ja, also Ben Manga und Fernandes auf einer Linie, der eine kümmert sich mehr ums aktuelle Team, der andere ums zukünftige Team und dann hast du mit Spiecher einen, der die ganze Geschichte leitet, der mit Hütter zusammenarbeiten kann. Also, wenn das so kommen sollte, wäre ich, glaube ich, beruhigt und zuversichtlich, was die nächste Saison betrifft. Ja, muss ich auch sagen, würde ich auch auf jeden Fall nehmen. Ich finde halt, Gelser und ist halt insofern eine mega geile Option, die ja immer auch für den gerüchtet wurde, weil er halt ein extremer Sympathist, sehr guter Kommunikator ist, sehr, sehr gut mit, auch, glaube ich, Medienarbeiten und Fans arbeiten kann. Das heißt, er würde genau diese Arbeit übernehmen, während Spiecher sich dann tatsächlich auch um das kümmert, was er jetzt bei Young Boys gemacht hat. Ich glaube, das könnte gut funktionieren. Finde ich eine coole Option. Habe jetzt auch sonst keine bessere. Ich würde immer noch, ich wäre immer noch bereit, sollte Ruven Schröder hier antanzen, ihn zu verteidigen, auch wenn ich weiß, dass es da konträre Meinungen gibt. Ja, für mich wäre er tatsächlich ein Regal zu tief und das liegt nicht gegen ihn, sondern das liegt daran, dass die Eintracht wirklich eine sehr krasse Entwicklung gemacht hat. Also ich finde, Bremen und Mainz ist genau richtig für Ruven Schröder. Was gibt es noch? Was habt ihr noch? Boah, ich habe sonst tatsächlich momentan wenig Namen dafür im Kopf. Ja, same. Geht mir ähnlich. Also ich habe mich gefühlt auch schon ein bisschen eingeschossen auf die Spücher-Fernandes-Kombo, weil ich die auch sehr, sehr gut finden würde. Einfach weil ich auch glaube, das funktioniert halt sehr gut, wenn du weißt, dass Hütter und Spücher zusammengearbeitet haben, gut zusammengearbeitet haben. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen, dass der Sportvorstand zusammen mit dem Trainer gut funktioniert. Dazu noch Fernandes, der auch die Mannschaft gut kennt, der jetzt auch nicht allzu lange weg ist von der Eintracht. Also der kennt halt die Aktualität auch im Verein noch. Das ist für mich momentan die Ideallösung, zumindest die Ideallösung, von die wir jetzt uns vorstellen können. Ich weiß nicht, was es im Hintergrund noch gibt, mit wem vielleicht noch geredet wird. Wenn andere Gerüchte aufkommen, können wir das vielleicht auch nochmal bewerten, aber spontan würde mir da jetzt auch keine bessere Lösung einfallen beziehungsweise keine Lösung, die mir besser gefällt. Ja, und du musst halt auch überlegen, es gibt halt extrem viele Luftpumpen. Also wenn ich auch sehe, wie viele irgendwie immer noch in der ersten Bundesliga unterwegs sind, donthire.com donthire.com könnte wahrscheinlich eine ganze große Liste an Managern, die man lieber nicht verpflichten sollte, noch machen. Und dann denken wir, okay, die haben es trotzdem immer noch in der Bundesliga geschafft. Auch so Leute wie Horst Held sind immer noch im Profigeschäft. Also ich bin echt sehr erfreut, wenn die Eintracht weiterhin einen großen Bogen darum macht und dementsprechend halt genauso, Patricia, du hast das ja sehr gut beschrieben, jemand verpflichtet, den sogar der Trainer kennt. Ich glaube, das wäre echt eine super Lösung. Ich habe heute jetzt auch ein bisschen gelesen, der eine wollte Sammer, ich glaube nicht, dass Sammer überhaupt ein Interesse hat, nochmal auf diesem Niveau beziehungsweise nicht so engmaschig mit dem Profifußball vertraut zu sein und dementsprechend auch unter Öffentlichkeit zu stehen. Und ich glaube, auch wenn der eine oder andere auch rangnick in den Raum geworfen hat, das können wir getrost ins Reich der Fabel bringen. Am Ende wird es auf zwei, drei Varianten hinauslaufen, außer vielleicht hat der Denders vielleicht noch eine. Puh, nee, ich muss wirklich sagen, es wäre zwar schön, wenn wir auch ein tolles, ja, wie sagt man so schön, ein tolles Telefonbuch dabei hätten, aber ich denke, du kannst das gerade mit der kreativen Lösung, kannst du da ganz gut arbeiten. Ihr habt es schon gut ausgeführt gehabt mit der Combo Bücher. Wenn anders bin ich, wäre ich absolut zufrieden, denn, Marvin, du sagst, es gibt halt auch Namen hier auf der Liste oder generell im Profigeschäft, da wird es mir eher, also da ist der Abstieg im Sinne von einfach, das Niveau würde massivst leiden darunter und hier sehe ich es jetzt noch nicht so, sondern hier kann was Tolles draus werden, das ist wieder eine kreative Lösung und passt irgendwie zur aktuellen, zur neuen Eintracht und gefällt mir. Hat Armin Fee schon einen neuen Job? Heribert kam wieder zurück. Du willst diesen Podcast brennen sehen. Es fiel mir noch gerade eben ein, als wir irgendwie über komische Namen hatte ich irgendwie als erstes Armin Fee im Kopf, ich weiß auch nicht warum. Ich habe irgendwie ganz ehrlich, ich würde jetzt gerne mal auch, ich weiß nicht, ob die so krude ist, aber habt ihr das Gefühl, dass die Zusage von Hütter auch damit zu tun hat, dass Bobic geht vielleicht, wer weiß? Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht, während ihr diskutiert hattet. Also, dass man denkt, vielleicht ist das sogar eine Konstellation, die Hütter besser gefällt, weil man hat ja immer wieder gehört, dass Bobic und Hütter nicht die allergrößten Friends sind. Das könnte natürlich sein, also das war ja auch, als diese Thematik mit Manga jetzt hochkam, dass er quasi da Aufgaben von Hübner übernimmt, war ja auch so, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, ob das bei Transfermarkt oder irgendwo war, wo auch so ein Satz drin stand, dass auch Hütter jetzt mehr Mitspracherecht bekommt. Das könnte natürlich so alles in allem dann halt auch so dieses Ding sein. Ich habe es jetzt quasi gesagt, Patricia hat es auch irgendwie gedacht, aber lass uns das gleich wieder vergessen. Ich wollte es nicht aussprechen, weil es mir ein bisschen zu populistisch war, in dem Sinne dann. Wir haben uns jetzt nur so viele Sackgassen hier diskutiert, da bin ich immer wieder kurz aus. Also Sackgassen weiß ich jetzt nicht, es gibt halt einfach unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Ich glaube, was wir abschließend an der Sache festhalten können ist, die Eintracht muss jetzt schnell agieren, um das Thema Sommer jetzt einfach auch sauber zu lösen. Wir müssen aber halt auch sagen, alles, was jetzt an Diskussionen da jetzt geführt wird, sollte und hat meiner Meinung nach auch sportlich keine Auswirkungen. Sportlich ist dafür wichtig zu wissen, der Trainer bleibt, auf die kommenden Spiele zu gucken und da vernünftig zu agieren. Wer da Sportvorstand ist, hat erstmal für den Abschluss dieser Saison keinerlei Bewandtnisse. Ja, trotzdem will ich aber, will ich das trotzdem nochmal aufgreifen, was Basti gerade gesagt hat, denn es ist mit Sicherheit kein zögerliches Jahr, wenn er schon weiß, dass jemand wie Spücher oder so vielleicht kommen könnte, mit dem er schon zusammengearbeitet hat. Das kann schon in diesen Gedenkprozess oder auch Gedankenprozess rein geflochten sein, zu sagen, okay, ich weiß, Bobic geht, aber ich weiß, dass gleichzeitig ein Mensch, mit dem ich gut zusammengearbeitet habe, dann hier aufschlägt, dann gebe ich ein klares Ja, weil ich weiß, wie die Arbeit mit und unter, und ja, mit ihm ist. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen und dabei bleibe ich auch. Ich glaube, das ist gar keine, nicht allzu populistisch, wenn es so kommt, aber am Ende sitzt dann vielleicht wieder ganz jemand anderes da und dann können wir uns wieder das andere überlegen, aber trotzdem. Ich halte das für eine sehr glaubwürdige Theorie, muss ich sagen. Schauen wir mal. Hoffen wir einfach, dass das jetzt schnell final geklärt wird und da jetzt nicht irgendwie so eine vier bis sechs Wochen Rumgeeiernummer irgendwie draußen, sondern dass man da jetzt einfach Fakten schafft und sich da jetzt schnell irgendwie einigt und die Hertha, also die fünf Millionen können die sich jetzt auch noch leisten an Ablöse, die sollen die halt einfach überweisen und gut ist. Mein Gott, stellt euch nicht so an. Dann lasst uns mal gucken, was wir sonst noch so auf der Liste haben. Wir werden natürlich dieses ganze Thema weiter im Auge behalten und sobald da noch Namen auftauchen, werden wir es dann hier auch noch mit aufnehmen. Ja, die Nummer mit Ackmann, du hattest das gerade eben schon gesprochen oder angesprochen. Gab es jetzt heute, glaube ich, die Mitteilung oder war die gestern schon? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube aber heute. Die Information, dass der Vertrag zwischen Ackmann und Bursaspor jetzt vorzeitig aufgelöst wurde, ist jetzt nichts bekannt, ob da jetzt irgendwelche doch Ablösesummen, Entschädigungen oder irgendwas gezahlt worden sind oder ob man sich damit jetzt einfach Prämien, die wohl angeblich höher gewesen sein sollen, als das Gehalt des Spielers dann spart. Jedenfalls ist der Vertrag aufgelöst und damit könnte er und so wie ich das verstanden habe, ist das auch die Idee dahinter. Jetzt schon früher nach Frankfurt kommen, kann zwar nicht spielen, kann aber schon am Training teilnehmen, Mannschaftskollegen kennenlernen, also das, was wir beim letzten Mal gesagt haben, was eigentlich eine ganz gute Variante wäre, weil er da ja einfach irgendwie nicht mehr spielen kann, nicht mehr zum Verein kann und so weiter. Von daher eine ganz smarte Lösung an der Stelle. Und dann habe ich ja noch stehen, Hasebe, Vertragsverlängerung um weiteres Jahr scheint jetzt auch soweit fix zu sein, wobei offiziell unterschrieben ist, glaube ich, noch nichts, ne? Ich glaube es noch nicht, aber es ist kurz vor der Vertragsverlängerung, Wäre auf jeden Fall auch solide, da nochmal jemanden, gerade auch, wenn wir jetzt so Blick haben auf Umarbeitung und viele auch jüngere Spieler, die reinkommen. Alle diese Meldungen sind gut, weil das heißt, dass irgendeiner, wir wissen zwar nicht mehr, aber irgendeiner macht da irgendwas. Irgendeiner hat einen Plan und er sich jetzt von ausbricht. brennt da noch Licht und im Endeffekt ist es ja egal, wer es angemacht hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir das Gefühl haben, du hörst nichts mehr, sondern es passieren ja gewisse Dinge. Ihr habt Ackmann angesprochen, ihr habt Persebe angesprochen. Es gibt auch Vertragsverlängerungen und Angebote an Leute im Staff, tatsächlich Trainer, die es das anders und es heißt, irgendeine Kraft bei Eintracht macht irgendwas in Richtung Zukunft. Von daher ist doch noch alles in Ordnung und ich glaube, als wir jetzt nochmal über diese Hüttersache gesprochen haben, macht mich das noch ein bisschen zuversichtlicher, wenn er ein ganz klares Ja zum Verbleib ausspricht, wird der ungefähr wissen, wie die Situation aussehen könnte nächste Saison. Der wird sich nicht zu sowas hinreißen lassen, wenn er überhaupt nicht weiß, was in Frankfurt nächstes Jahr los ist. Und da Hütter ja auch relativ ambitioniert ist, sieht die Lösung wahrscheinlich auch nicht so schlecht aus. Also will ich mir zumindest einreden jetzt. Das kannst du uns bitte auch allen einreden. Gut, ich glaube, damit haben wir dann alles, was so an aktuellen Themen rund um die Eintracht da jetzt gerade passiert ist, auch abgefrühstückt. habt ihr da sonst noch was? Sonst würde ich noch mal galant auf diese gute Tat der Woche, die wir hier noch stehen haben, umlenken und danach dann sagen, dass wir den Sack zumachen. Machen wir so, ja. Dann machen wir das so. Dann haue ich jetzt mal den Jingle raus und dann hat Marvin hier eine gute Tat eingetragen, zu der er dann gleich was sagen kann. Die gute Tat der Woche Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständige Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Dr. Marvin, schießen Sie los. Ja, kurze Sache im Endeffekt. Ich hatte von der Twitterin und der Bekannten letztens gelesen, der ein Kind hatte im Endeffekt Blutkrebs. Leukämie. Ja, Leukämie. Und das ist natürlich schon eine krasse Kiste. Also irgendwie als Baby alles noch recht frisch, recht jung und sowas haut einen dann natürlich auch weg. Und ich habe mir diese Geschichte durchgelesen. Momentan geht es wieder gut und das ist alles auf dem Weg der Besserung. Aber finde ich schon einfach eine krasse Nummer, auch weil man das ja gedanklich immer wieder total weg verdrängt und auch gar nicht großartig darüber spricht. Aber in diesem Sinne und auch in diesem größeren Kontext habe ich einfach gedacht, lasst uns einfach das mal wieder machen. Einfach mal, ich habe das irgendwann mal vor zehn Jahren oder so bei der Uni habe ich mich mal registrieren lassen, habe aber nie wirklich was von denen gehört. Heißt im Endeffekt, ich gehe auch noch mal zur DKMS, also zur deutschen Registrierung im Endeffekt, damit wir alle dazu, unser Teil dazu beitragen, vielleicht auch Blutkrebs weiter zu besiegen, weil diese Knochenmarkspende, das ist alles gar kein Drama. Wenn ihr dementsprechend Spender oder Spenderin seid, dann helft ihr damit jemandem richtig heftig. Insofern, lasst uns das mal wieder machen, es wird mal wieder Zeit. Ich glaube, das kann einfach nur eine gute Sache sein und dann gibt es mehrere positive Fälle, wie die dieser Person, die ich jetzt gelesen habe, dass das Kind wieder zu Hause ist und dass es wieder gut geht. Also ich glaube, das ist für uns alle einfach nur eine gute Sache und das tut niemandem weh. Ja, ich bin auch schon seit 15 Jahren bei denen eingetragen, weil ein Kollege damals tatsächlich Blutkrebs bekommen hat und wir dann alle gesammelt zur Typisierung gegangen sind, ist relativ einfach, du gibst halt einmal Blut ab, dann wird halt ein Profis, viel quasi erstellt. Du kommst bei denen in die Datenbank und wenn man eben der Meinung ist, dass da ein Match sein könnte, dass du jemanden unterstützen könntest, dann kriegst du von denen einen Brief. Martina hatte das tatsächlich schon mal und dann gehst du quasi dann nochmal, da wird nochmal eine Blutunterabnahme gemacht, dann wird nochmal ein Blutbild gemacht, um zu gucken, ob das passt und ich hatte das nochmal nachgelesen, weil ich mir auch nicht sicher war, aber da stand eben auch, dass in 80% der Fälle du quasi einfach mit Blut, also Stammzellenspende über Blut den Menschen helfen kannst, das heißt, du kriegst quasi dann ein Mittel, was die Produktion der weißen Blutkörperchen erhöht, dann gehst du zweimal zur Blutspende und quasi aus dem gespendeten Blut werden diese Stammzellen entnommen und damit, die werden dann dem Menschen, der eben Hilfe braucht, dann quasi transfusiert und damit ist im Regelfall schon ganz viel der Situation geholfen. Also nix, was jetzt großartig irgendwie schmerzhaft ist, keine OP, das ist nur in Ausnahmefällen, das ist wie, als wenn ihr sonst normal zum Blutspenden auch geht, nur dass ihr damit halt wirklich actually Leben von Menschen wirklich direkt helfen, retten könnt, also von daher ist keine große Sache, guckt euch die Seite von der DKMS an, registriert euch da, es tut nicht weh, außer einmal irgendwie ein bisschen Blut abnehmen, selbst ich als absoluter Schisser, was Spritzen angeht, habe das hingekriegt, das sollte echt kein Thema sein. Sehr gut. René, muss man da immer mal die Daten aktualisieren, damit die die aktuellen Ansprech, Kontaktdaten haben oder wie funktioniert das denn eigentlich, weil du sagst 15 Jahre oder hat sich in den letzten 15 Jahren nichts geändert, ich weiß ja nicht, keine Ahnung, oder sind die immer auf dem aktuellen Stand, wie funktioniert das denn vielleicht, weißt du das? Gute Frage, habe ich mir actually noch nie Gedanken drüber gemacht, ich habe denen den Umzack nie gemeldet, aber die hatten die Adresse, ich vermute mal, dass die dann über Einwohner, Melderämter oder sonst irgendwas oder weiß ich nicht, vielleicht haben die auch wie andere Unternehmen die Adressen von der GEZ gekauft, was weiß ich nicht, jedenfalls haben sie es rausgekriegt, also, sehr gut, weiß nicht, tatsächlich, oder ob, es kann sein, dass die da irgendwie in der Zusammenarbeit mit den Krankenkassen dann tatsächlich arbeiten, das könnte ich mir vorstellen, ich glaube tatsächlich, dass das damals irgendwie über die Krankenkasse auch gelaufen ist. Also das heißt, ich muss mich eigentlich um nichts kümmern, einfach einmal anmelden, einmal dahin, einmal ein bisschen Blut abgeben, dann kriegst du halt auch einen Spendeausweis und so weiter, also, tut nicht weh, ist eine tolle Sache und, ja, wie Marvin schon gesagt hat, wenn man damit helfen kann, diese Blutkrebsthematik besser in den Griff zu kriegen, warum nicht? Unbedingt. Wir verlinken euch das mal und dann könnt ihr euch da informieren, wie ist das? So, es war jetzt wieder eine längliche Sendung und ich würde sagen, wir machen damit den Sack zu, es sei denn, ihr habt noch wichtige Dinge, die ihr besprechen wollt. Nein. Nein. Sehr gut. Gerne nächste Woche. Feierabend machen. Gut, dann wünschen wir euch eine, soweit es geht, entspannte Restwoche. Wir, wie gesagt, behalten alles das, was so Bobic und so weiter betrifft im Auge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da nächste Woche wieder drüber reden werden. Entweder hat sich was getan oder wir beklagen uns, dass sich noch nichts getan hat, das werden wir dann sehen. Wir werden uns auf jeden Fall über das Spiel, das anstehende Spiel über Stuttgart unterhalten, also von heute aus gesehen anstrengend, nächste Woche dann passiert. Wir gucken mal, wer mit unseren Tipps am meisten oder am dichtesten am Ergebnis tatsächlich dran lag. Ja, und dementsprechend wünschen wir euch eine schöne Restwoche und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Hey, 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.